Der Beste hat auf mich reagiert, aka impimpimp, hat eine Reaktion auf meine Zusammenfassung zu dem Gespräch mit Karl gemacht. Irgendwie reagieren hier gerade total viele drauf und ich bin mal gespannt, was der Beste so zu mir zu sagen hat. Schreibt, der Imp ist der Beste in die Kommentare und wir gehen sofort rein. Richard, wo er... Ey! Richard, wo erreich ich dich? Das ist Mobbing. Das ist Mobbing. Ich bin nicht Richard David Precht, ich bin auch nicht Jesus. Hallo Markus, ich sitze hier in der Keminate und habe mit Dekalent gekämpft. Hier ist er, der junge Richard David Precht. Ich sitze nicht mal mehr in der Keminate. Dieser hübsche Mann hier, 16 Jahre ist er jung, hat kürzlich mit Dekalent geredet. Gekämpft, das heißt gekämpft. Und am Ende sollte man auch feststellen, wer gewonnen hat. Weil bei so einem Gespräch gibt es nämlich immer einen Gewinner und der andere ist Verlierer. So sollte ein Gespräch ablaufen. Es geht da nicht irgendwie drum, dass man sich gegenseitig besser versteht. Das ist ja so, wie der kleine, süße Beuter schon sagt, ne? Äh, Kuchen? Möchtest du mein Monte werden? Von X, X, G, A, N, X, X. Ich war dabei. Danke für das Sub. Ich war dabei. Nice. Und Abend hier im Chat. Ein Tierjähriger hat einen Mann, der sein Vater sein könnte. Nein, 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 er ist nicht mein Vater, besser nicht. Frühvater geworden wäre, eine Mitte 30-Jährigen erklärt, dass er sich in manchen Fällen vielleicht so ein bisschen daneben benommen hat. Das ist auch wild. Absolut stabiler, netter Mann. Mit dem habe ich auch schon mal einen Podcast gemacht. Ja. Verlinke ich euch vielleicht unten, wenn ich es nicht vergesse. Ah ne, sucht einfach selber. Habe ich vergessen. Gebt einfach einen, wie heißt das denn? Ich glaube, MH und Hennex Podcast Imp oder ach, keine Ahnung, ihr findet das schon. Sonst ist Hugo verlinkt euch. Warte, hat er es verlinkt? Das würde mich jetzt interessieren. Ja, er hat es verlinkt. Mein Talk mit Hugo. Hennex einfach komplett vergessen. Ja gut, Hennex hat auch nicht viel gesagt. Jedenfalls, ich habe das teilweise live gesehen. Den habt ihr ja mitbekommen, Karl hat ja so eine, der hat ja dazu aufgerufen, eine 16-Jährige, eine junge Streamerin zu mobben. Also ich glaube, können wir einfach mal festhalten, alle sind 16. Die eine Krankheit an ihrem Knie hat, die Probleme mit ihrer Periode hat, dass es immer besonders wehtut, weil sie sich sehr drüber lustig gemacht hat. Sehr, sehr lustig. Danke, Senior Peace. Sie hat nämlich irgendwas Gemeines gesagt. Danke, Senior Peace. Sie hat so einen Querschnitt von Frauen und Männern gezeigt und gesagt, hier, guck mal, so sieht es bei Männern aus, so bei Frauen. Ich weiß, es ist fürchterlich. Jedenfalls. Bist du nicht mittlerweile 17? Ähm, noch nicht. Nächsten Monat. Als, äh, ja, Karl hat die richtige... Er wird noch sehr oft dein Alter erwähnen. Okay, ich hätte es einfach nicht sagen dürfen. Er hat geschrien, einen Tag danach ist, wie es immer so ist, Karls Fanclub auf den Bandwagon aufgesprungen und hat nochmal nachgetreten. Ich glaube, das ging über mehrere Tage. Sogar einen Tag danach wurde sie direkt angeschrien, aufs Übelste beleidigt, bedroht. Und, äh, ja, dann gab es halt noch so ein paar Karl Hartkopf... Also quasi übernächsten Monat, also quasi noch den Monat dazwischen, März, März. Fans, die ihn natürlich verteidigt haben. Ich weiß gar nicht, ob ich es genau verraten soll. Ach nee, ich stream an dem Tag eh und schreib es in Titel. Dass er ja vielleicht ein bisschen, bisschen, äh, harsche Worte gewählt hat, aber das war ja alles natürlich richtig so. Nein, 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 es ist auch cool, also so eine Frau, äh, hier irgendwie, ähm, vollgeschüssene Menschenhaut zu nennen oder so, das, das... Das findet Karl auch cool. Und dann muss jedenfalls... Also ein Fisch. Also Leute, hört mir auf mit Sternzeichen. Sofort. Falls ein 16-Jähriger kommt und ihm erklärt, dass er sich da nicht so toll verhalten hat. Und wir sehen jetzt hier einen Zusammenschnitt daraus. Das war im Stream. Ich habe das, ähm, ich habe das, ähm, jetzt, äh, ja, ich habe das nicht ganz geguckt. Ich habe nur kurz reingeschaut, während es live war. Ich hatte dann anderes zu tun. Mir wird gerade aus dem Chat noch eingeworfen, Karl hat auch vor ein paar Tagen verlautbart, dass er es für richtig hält, was bei Equalist abging und wie es geendet hat. Ja, natürlich, natürlich war das richtig. Ich meine, Suizidgedanken, die können quasi nie falsch sein. Wenn Leute eine falsche Meinung haben, dann sollte man die immer dazu bringen, dass sie irgendwann Suizidgedanken haben. Weil dann können sie sich entweder umentscheiden oder sie ziehen halt durch, dann haben sie auch nicht mehr die Meinung, die Karl doof findet. I guess. Nett. Also für den Kontext, äh, die hat das Land verlassen, weil sie bedroht wurde, weil sie, äh, sie ist wohl umgezogen und hat dann immer noch aber irgendwie Drohungen bekommen. Das ist so krank. Die ist einfach aus dem Land geflüchtet. Also wie notwendig das wäre, also gewesen wäre, weiß ich jetzt nicht, ob ihr wirklich jemand was angetan hätte. Aber ich meine, eine Shuyuka, die sagt, ich kann nicht mehr auf Bühnen gehen. Ja, ich glaube, das ist bei der Equalist tatsächlich ein bisschen realistischer. Und Leute haben gesagt, sie schneiden ihren Hals auf und sowas und sie hat dann das Land verlassen deswegen. Aber sie hat halt auch vorher manchmal bei TikTok Sachen gesagt, die findet Karl nicht in Ordnung und die finden auch andere nicht in Ordnung. Ne, Dave ist ja auch nochmal draufgegangen, hat auch nochmal nachgetreten. Und sie haben gemeinsam dafür gesorgt, dass eine junge jüdische Frau das Land verlassen hat. Finde ich gut. Danke, Dave und Konsorten. Finde ich gut. War schon immer eine gute Sache. Und dass ihr dafür gesorgt habt, dass es weniger Juden in Deutschland gibt. Das war wahrscheinlich eure Intention. Aber vielleicht auch nicht. Egal, ihr geht zum anderen jungen Frauen, die von der gleichen Bubble angegriffen ist. Ey, ich bin keine Frau. Das hat Monte schon gesagt. Ich denke nicht, dass er, dass er, warte mal. Aber eigentlich kann ich hier einen Clip rausschneiden, der so wirkt, als hätte, als hätte ihm mich gerade gemisst gendert. Ich weiß, dass er Lucy meinte. Aber. Vielleicht auch nicht. Egal, hier geht es um eine andere. Wie er mit dem Mauszeikel über mich geht. Ich glaube, hier kann ich einen Clip rausschneiden. Eine andere junge Frau, die von der gleichen Bubble angegriffen wurde. Und zwar um, ähm, um Hartley Lucy. Und, ja, jedenfalls ein 16-Jähriger muss sagen, Bro, das ist nicht ganz in Ordnung, was du da machst. Bro. Danke sehr, Random Kai. Alles, was Karl macht, ist richtig und wichtig. Das stimmt. Ja. Äh, Dekadent gucken mit dem Pibbel in der Hand als extremer Linker. Ja, ich trinke, ich trinke jetzt hier mal, ich trinke jetzt hier einen Schluck. Als extremer Linker. Ich habe vor kurzem eine Diskussion mit Dekadent geführt. Und da wir meinungsmäßig doch ziemlich weit auseinander liegen, kann ich euch sagen, dass es an einigen Stellen... Meine Videos sind nicht sehr laut. Meine Videos sind korrekt gepegelt. Die pegel ich immer exakt auf Null. Ich brauche teilweise mehrere Andäufe, bis es perfekt ist. Du bist nämlich noch auf dem Boden des Grundgesetzes und er nicht mehr. ...doch ziemlich lustig wurde. Aber erst mal, wie kam es denn bitte schon dazu? Also, es hat damit angefangen, dass Lucy auf ein Talk zwischen Imp und... Das ist ja auch, äh, das sieht ja aus wie eine Augenklappe hier. Sie hat jetzt inzwischen die 1K voll, als der Shitstorm gegen sie losging durch Karl. Ja, da war sie, glaube ich, so 400, 500. 400, also hat sich gelohnt. Die Followerzahlen haben sich fast verdoppelt. Ich hoffe, das hast du geplant, Karl. Hat ja prima funktioniert. Und Nathan reagiert hat. Und als es dann um das Thema Transmenschen und deren biologische Unterschiede zu Cis-Menschen ging, hat sie eine Grafik rausgeholt und erklärt... Wer die zensiert hat, der Zwer... Ich will nicht werbeunfreundlich werden. Das ist jetzt hier ein Porno. Ey, ich weiß ganz genau, wie YouTube ist. Und jetzt, wo ich so langsam ins Partnerprogramm gegangen bin, also nach dem Video dann quasi direkt, wollte ich nicht direkt, dass... Wollte ich nicht direkt, ähm... dass... dass... die Monetarisierung verlieren. Ich werde richtig geil, wenn ich diese Seite hier sehe. So ein sexy Querschnitt. Yes, yes. Oh, geil. Ich muss die Kanalmitgliedschaft noch aktivieren. Wo eben die Differenzen. Mit dem Zweitkanal auch bald. Da fehlen mir noch die 500 Follos. Dekadent fand das Ganze allerdings eher weniger cool. Übrigens, das hier ist das Arschloch. Nee, das ist das Arschloch hier. Hier ist das Arschloch. Ich hab's jetzt gerade verdeckt, aber Sie sehen einen Mitte-30-Jährigen, der eine junge Streamerin, die jetzt ungefähr seit einem halben Jahr streamt. Ähm, wie er die als Arschloch bezeichnet. Vor 3000 Zuschauern. Sie hat 600 Follower, er hat 3000 Durchschnittszuschauer, ja. Also dem gucken im Durchschnitt fünfmal so viele Leute... Auch sehr verdient an der Stelle, muss man auch nochmal dazu sagen. Also ich finde, der hat jeden einzelnen Zuschauer sehr, sehr verdient. Andererseits, ich will die Zuschauer bitte nicht haben von ihm. Also hier sind die Qualitätszuschauer und bei Imp, aber bei Karl, ja gut, da gibt's halt Masse. Ähm, wir brauchen eine 999,99 Euro, kann ein Mitgliedschaft, das kann man tatsächlich machen, aber ich hatte jetzt gerade 99 Cent, 3 Euro und, äh, 98. Äh, und... Warte, was? Und, ähm... 8,90 Euro, genau. Äh, wieso habe ich immer das Gefühl, dass Imp über dich redet? Hä? Imp über mich? Das wäre ja crazy. Wir reagieren hier gerade darauf, wie der auf diesen 16-Jährigen da reagiert. Als ob ich 16 bin. Was glaubt ihr von mir? ...zu, wie sie überhaupt Follower hat. Ja, in einem Lucy-Stream, da sind so 100 Leute oder so gewesen zu dem Zeitpunkt. Der geht mit 3000 Leuten drauf. Vor dem Shitstorm nicht mal. Ich hatte, ich hatte, glaube ich, nur ein paar Mal reingeschaut. Das waren eher, glaube ich, so im Schnitt 60, oder? Nennt sie Arschloch, ne, macht sie fertig, sie sagt dann, ich muss mir eine Wärmflasche holen, mein, ne, mein Uterus tut weh, Periode, Aua, Aua und Karl, ha, 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 lustig, Frauen. Ha, die pisst sich ein. Denn der hat auch gerade irgendwie einen ganz seltsamen Fäkal-Fetisch, also, äh, da wird sich flüssig einge... Da wird sich einge... Und die hatte so... Hättest du da Fieber gemessen? Das wäre glatt 32 Grad gewesen. Ey, ich meine 42. Ich fand's schön, wie Karl diesen Front rausgehauen hat, aber es nicht geschafft hat, ihn richtig rüberzubringen. Und dann sah es relativ dämlich aus, weil das so aussah, als dachte er, 32 Grad sind Fieber. Was Karl und seine Kollegen gerade alles daran finden, wenn Leute kacken und pissen, also das... Wer macht ein Imp-Cosplay? Ich? Ja, ne, ich mach eher hier so, was Bart angeht, Kuchen-TV-Cosplay. Das ist wirklich auf Stand von einem Vierjährigen. Ah, pipi-Kacka, also das ist wirklich bekloppt. Weniger cool. Übrigens, das hier ist das Arschloch, ne, das ist das Arschloch hier. Ah, das ist das Arschloch, versteht ihr mal Anatomie? Ha, ha, der Arnuss, aber, Silber-Arschloch, ha, 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 ha. Ja, sehr witzig. Das Arschloch. Ich frag mich, warum man den Spitznamen Fekal Dent bekommen hat. Arschloch, weil du weißt, dass dein Publikum noch besoffener und dümmer ist als du und dass du mit so einem Scheiß durchkommst. Halt doch einfach dein Maul und lass uns machen. Das haben alle Extremisten jemals gesagt. Halt einfach dein Maul und lass uns machen. Jeder Extremist würde dem zustimmen. Warum lässt man uns nicht einfach machen? Derartige Angriffe gegen Personen mit wirklich deutlich kleinerer Reichweite gar nicht fühle, hab ich ihn gewollt provokativ darauf in seinem Twitch-Statt angesprochen. Und einige Minuten... Und er hat mal wieder aus 3000 Leuten sich den einen rausgenommen, der ihm widerspricht und gesagt, komm Discord, los, trau dich! Aber ich hab mich getraut. Danke sehr, Senior Peace. Ich hab jetzt übrigens gesehen, ey, Karl, guck der gar an... Ich glaube, wenn ich da ein bisschen im Chat weniger Rechtschreibfehler oder so gemacht hätte, wahrscheinlich hätte er mich gar nicht reingeholt. Es war wahrscheinlich Strategie einfach die Rechtschreibfehler und falsch geschrieben und so. Also kann ich jetzt zumindest so verkaufen. Teilweise war es, also dass ich extra von sexistischen Angriffen spreche, das war natürlich provokativ. Meine Schreibfehler kein Statement. Er hat ja jetzt auch ein Jahr, nachdem ich das als Intro-Song durchgehend hatte, hat er ja jetzt auch Rote Sonne drin, Mao Zedongue. Der hat sich ja auch schon öffentlich zu mir geäußert, dass er mich angeblich immer noch mag. Na, danke, Gormekle. Weißt du, Gormekle? Keine Ahnung. Ey, ich hab auch manchmal Momente, wo ich denke, er hat sich in manchen Dingen irgendwie gebessert, aber in anderen halt auch wieder... Gendern in den Öffentlich-Rechtlichen, da hab ich gemerkt, dass er ein bisschen schlauer ist als Teil seiner Bubble. Überhaupt nicht, ne? Also, als ich gesehen hab, wie er mit Lucy umgegangen ist, da war es direkt wieder vorbei, ne? Also, jegliche Sachen, wo ich sagen würde, da kann man sich rehabilitieren. Ich bin ja auch dafür, dass sich Leute irgendwie ändern können. Ey, aber nachdem ich, was ich gesehen hab, was er mit Lucy gemacht hat, dachte ich wieder, nee, Alter, mit so einem Menschen will ich keinen Kontakt haben. Der kann mir fernbleiben. Also, auch wenn er sich in einem anderen Punkt vielleicht gebessert hat, das war ja wieder sowas von unter aller Sau, dann hab ich auch gar keinen Bock mit ihm irgendwas... Er hat ja auch Seth und so weiter noch verteidigt, also die, der hat ihn auch dafür nicht kritisiert, was er da gesagt hat. So. Irgendeinen Kontakt zu haben, aber der hat inzwischen seinen Discord Change My Mind genannt. seinen Raum, wo er mit Hugo geredet hat. Ich hab von Hugo ein Foto gesehen, nachdem ich mehrmals im Stream kritisiert hab, wo ich gesagt hab, ey, das, was er da veranstaltet mit seinen Viewern, wo der sagt, komm doch in Discord, ich falte dich hier zusammen, ich erklär dir, wie die Welt wirklich funktioniert. Da hab ich ja schon gesagt, das ist wie Change My Mind. Worum geht es gerade? Imp hat auf mich reagiert, wie ich mit Dekadent geredet hab. Beziehungsweise, ich hab eine Zusammenfassung gemacht von meinem Gespräch mit Dekadent und da reagiert Imp gerade drauf. Und wir reagieren auf Imp. Also ich reagiere jetzt auf Imp, der auf mich reagiert. Wo der Wichser da mit dem Tisch rum sitzt und dann irgendwas erzählt von wegen Abtreibung ist Mord, Change My Mind oder jeder Bürger sollte fünf Waffen an seinem Gürtel haben, Change My Mind. Nur fünf? Und dieses Sozialismus ist das Böseste überhaupt, Change My Mind und so, ihr kennt den sicher, ne? Dieser komische Crowder, der da immer rum sitzt. Was halt super unfair ist einfach, weil er vorbereitet ist und einen Ordner dabei hat und alles und die Leute, die vorbeikommen, sind halt irgendwelche zufällig dahergelaufenen Leute, die zufällig, ne, diesen Tisch sehen. Gut, Karl hat jetzt nicht den Vorteil, dass das hinterher schneidet, sondern das ist halt ein Stream, aber du hast dann 3000 Leute, die auf deiner Seite sind und dir zujubeln und dir irgendwelche Tipps geben oder den anderen runter machen und sowas. Ist halt generell unfair, ne? Ja, ich hab in den Chat auch gelesen, das Beste fand ich, dass irgendwie eine Person hat es sich zur Aufgabe gemacht, achtmal zu fragen, ob ich geimpft bin. Aber so komplett off-Kontext. Da kam so, äh, ja, bist du eigentlich geimpft? Die Leute feiern es, wenn jemand komplett dumme out sagt. Wer ist die Frau da? Mit wem redet der Typ? Danke für das Follow. Also, da hat jemand sich zur Aufgabe gemacht, achtmal oder so zu fragen, ob ich geimpft bin. Also oft, also wir haben nicht über Impfungen geredet. Ja, ich bin viermal gegen Corona geimpft. Und jetzt? Also, wurde jetzt Lucy deswegen weniger gemobbt oder mehr? Oder was? Jetzt nennt er das inzwischen selbstironisch selber Change my mind, aber das, was ich an Karl kritisiere, ist eigentlich seine, seine Ähnlichkeit. Woher weiß Monte, dass ich eine Frau bin? Nee, er hat mich Frau genannt. Monte hat auf Kuchen reagiert und da war ein Clip von mir und dann sagt Monte eine Frau. Zu gewissen Akteuren der rechten Seite nur mit verändertem Vorzeichen, ne? Er nennt sich halt links und er bringt hin und wieder linke Talking Points rein, aber der Zwischen Ich lass mich auch ein fünftes Mal impfen, aber ich glaube aktuell ist es in meinem Alter noch nicht empfohlen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob fünfmal in Deutschland überhaupt empfohlen ist für irgendjemanden. Zwischenmenschliche Umgang ist leider so wie bei denen. Minuten später hat er mir bereits dieses Angebot gemacht. Möchtest du, ich mach dir einen Vorschlag, weil dir das ja wirklich ein Anliegen zu sein scheint, möchtest du mir kurz, möchtest du mir kurz verbal mitteilen, was jetzt, was jetzt überhaupt der Anlass ist, von dir hier zu markieren? Und obwohl ich mir die Gefahr bewusst war, zu markieren, zu markieren. Der Anlass, dass sie hier zu markieren. Alles gut, ich weiß, dass es ein Witz war. Danke sehr Senior Peace. Was ist hier der Grund dafür, dass du mich hier kritisierst? Ich hab mich doch so tadellos verhalten, wo ich jetzt hier dieses Mädchen angeschrien hab und die beleidigt hab und Leute mobilisiert hab. Apropos Change my Mind und vorbereitet und nicht. Die ganzen Leute, die immer sagen, ich liege in allen Punkten falsch. Es ist nicht so, dass ihr nicht auf meinen Discord kommen könnt und ich nicht mit euch reden könnte. Also, jetzt ohne, dass ich so eine Vorfield-Geschichte da machen wollte, wie Dekadent das geplant hat. Egal ob off- oder on-Stream. Ihr könnt ja mit mir reden. So ist es nicht. Und ich brauch euch auch nicht von meinen Meinungen überzeugen, wenn ihr euch nicht von meinen überzeugen müsst. Also, wir können aber darüber reden, ob ich jetzt ein Menschenfeind bin oder sowas und wie ihr darauf kommt, wenn ihr sowas bei mir ständig in die Kommentare schreibt. Kommt auf meinen Discord und von mir aus schreibt mir eine Privatnachricht oder taggt mich einfach im Hauptchat mal und fragt, ob wir reden können und was die Vorwürfe gegen mich sind. Dann können wir gerne reden, weil ich glaube, ein Menschenfeind bin ich jetzt nicht so wirklich eigentlich. Ich hab die noch härter anzugehen. Ich hab mich auch über, ich hab mich auch gefragt, ob Karl sich oft Ab 60, okay, okay. ...off-Stream dafür geschämt hat, als der mitbekommen hat, wie in diesem Mobs-Endestream, dieser Seth von Doom, wie der überloot... Jetzt haben wir es nochmal ganz kurz. Ich hab auf Twitter einen angepinnten Post, wo ich gesagt hab, Mobs-Ente ist wie Carsten Stahl. Korrekter wäre, Seth von Doom ist wie Carsten Stahl. ...die geredet hat. Ich hab mich gefragt, ob Karl das gesehen hat und ob der sich heimlich doch irgendwie geschämt hat, wen er da auf den Plan gerufen hat. Ich lade diesen jungen Burschen ein, morgen bei meiner Vorlesung zu Karl Marx dabei zu sein. Ich erklär ihm mal die Welt, in was lastiger Stimme. Danke sehr, Karl. Also, es wär schön, wenn's öfter mal um Marx ginge. Ich glaub, ich glaub, ich glaub, nee, so belehren lassen ist eigentlich nicht das coolste Wort für ein Gespräch, mit der Erwartung reinzugehen. Das ist auch, ey, das ist das Thema, was mich am meisten daran stört. Wir haben die Twitch-Linke, Dekalent, Neitan, komische Mobs-Ente und ihr Freund, ne? Dann, wen hatten wir noch? Wer hat sich noch eingeklinkt? Dara war noch involviert. Ja, Bartonek war involviert. Diese Leute haben wir in einer Zeit, wo sich führende AfDler gerade mit Martin Sellner und Co. getroffen haben und ihre Umsturz... Ob wir einen Talk machen, weiß ich tatsächlich nicht. Du kannst gerne auf den Discord kommen, ausrufe Zeichen DC in den Chat oder in den Panels oder in den Links. Aber ob wir beide einen Talk machen, müssen wir noch schauen. ...Pläne veröffentlicht haben. Diese Zeit, ja? Gleichzeitig Bauernproteste. Diese ganzen politischen Themen, die gerade abgehen. Der Lindner stand auf der Bühne bei den Bauernprotesten, hat gesagt, wir kürzen bei den Asylsuchenden und bei den Bürgergeldempfängern. Das ist alles passiert. Und diese fünf Boys sagen, ja, das können wir ja wann anders, aber wir sind ja richtige Linke. Lass mal diese... Wir gehen erst mal gegen eine Streamerin mit 500 Followern, die irgendwas gesagt hat zu Transmenschen, das zwar nicht falsch ist, aber das Rechte auch sagen. Kleine Streamerin zusammen angehen. Lass mal das machen. Lass mal da reingehen und die beleidigen und beschimpfen. Das ist erst mal wichtiger. Es gibt gerade eine riesige rechte Gefahr. Es gibt eine riesige Kapitalismusgefahr. Aber na, lass lieber dieses eine Mädchen da mobben mit fünf Leuten. Ist doch leichter. Das ist doch ein besseres Ziel, oder? Lass doch da reingehen. Ey, wir brauchen euch gerade, aber an der anderen Stelle doch nicht da. Warum passiert immer wieder sowas? Unvorbereitet in ein Gespräch mit einer Person zu gehen, die sehr gut vorbereitet, sehr tief im Thema drin ist und eine sehr viel größere Reichweite hat, habe ich das Gesprächsangebot angenommen, um ihn einfach mal direkt mit diesen Punkten konfrontieren zu können. An der Stelle auch noch mal erwähnen, dass er ein größeres Ding und ein größeres Gehirn hat. Das wollte er auch noch mal dazu sagen an der Stelle. Hier, falls ihr die Reaktion von Karl darauf nicht gesehen habt. Das war sein sinnvoller Beitrag an der Stelle. Das hat zwar nur so mittelgut funktioniert, aber ich habe ihn mal direkt darauf angesprochen, warum er denn so sauer war. Das hat die Lucy, die biologischen Unterschiede von Trans- und Cis-Menschen aufgezeigt hat. Das wichtigste Thema unserer Zeit. ...hat sie über die biologischen Unterschiede der Geschlechtszahle zwischen Trans- und Cis-Frauen aufgeklärt. Pimmel und Muschmusch, Frau und Mann, aber vielleicht auch nicht immer. Es ist so wichtig. Aufgeklärt. Genau. Also ich finde... Was nutzt dein großes Hören, wenn man das falsch einsetzt? Ähm... Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also ich glaube auch nicht, dass Karl komplett dumm ist oder so, oder dass er einen geringen IQ hat. Das glaube ich nicht von ihm. Ich glaube ehrlich gesagt, dass er echt festgefahren in seiner Meinung ist. Dass er echt gefestigt ist und nicht im Sinne von gefestigt, dass man sagt, man hat seine Ideale und behält die so, sondern eher so, dass man sagt, ja, ich bin doch die gute Seite und alle Leute, die jetzt... Ey! Fünf... X-X-X-G-A-N-E-N-E-X-X schenkt der Community fünf Subs. Danke für fünf Subs an die Community. Ähm... Genau. Ich glaube eher, dass er so sagt, ja, meine Bubble ist doch die gute und selbst wenn wir dann alles falsch machen, verteidige ich es unbedingt, weil es ja meine Bubble ist und die ist... ähm... ist super und deswegen darf ich die nicht kritisieren. Äh... Lohnt sich gerade? Warum lohnt es sich gerade? Er sagt ja von sich selber, dass er linksradikal ist. Ähm... Ist man dann nicht bereits festgefahren? In irgendeiner Form schon. Also man kann natürlich eine politische Vorstellung haben und deswegen ist man nicht zwangsläufig wirklich festgefahren. Aber ich glaube vor allem in der Bubble festgefahren. Also so politisch in eine Richtung festgefahren sind ja die im meisten. Aber das heißt ja nicht, dass man so eine Bubble so auf Krampf verteidigen muss. Auch mit den komischsten Argumenten. Und ich glaube, das ist so das Problem, dass er das macht, weil er immer noch der Meinung ist, dass das ja die Guten sind und ähm... Es ist auch egal, wenn man lügt, solange man immer noch die Guten verteidigt. Und deswegen glaube ich, dass er da halt ziemlich tief drin steckt. Ja, ich meine... Ich finde die unnötig, die Aussage. Weil welche... Mir geht es ja immer darum, welche... Welche Schlüsse ziehen wir da raus? Und jetzt frage ich ja ganz bewusst, welche Schlüsse ziehen wir denn da raus? Äh, aus der Aussage, biologisch gibt es zwei Geschlechter. Was sind die Schlüsse? Das kann dir doch auch scheißegal sein, Mann! ...gezogen werden sollen. Mh, es ist nur ein Fakt, der genannt wird. Naja, aber du nimmst... Ja, aber nirgst ja nicht, weil äh... Mh. Mh. Problematisch halt... Problematisch halt... Ja, komm... Warte, warte, warte. Problematisch, äh... Halt, wenn alle mittelrechts sind. Ja, keine Ahnung. Das Problem ist halt, dass Karl auch immer glaubt, dass alle anderen rechts sind. Nur weil sie nicht sein Links oder sein Vogue sind. Dann sind alle anderen immer rechts. Aber ich zum Beispiel hab keine politische Ideologie, die ich zwangsläufig verfolge. Also ich find Menschenrechte so an sich ganz gut. Hab ich jetzt eher weniger was gegen. Aber ansonsten bin ich nicht so, dass ich sag, ja, ich verteidige ja jetzt meine politische Richtung auf Krampf und wenn neues Thema aufkommt, dann schau ich erst mal, wie sich meine Richtung so entwickelt und dann nehm ich genau die Meinung an. Das mach ich schon von Thema zu Thema abhängig, auf welcher Seite ich da stehe oder wie genau ich sowas argumentiere. Oder reaktionär. Ach so, das meintest du. Alter, ihr hättet das sehen müssen von Dara. Der hat Claire Ainsworth zitiert, um zu sagen, dass das nicht stimmt. Claire Ainsworth ist eine Autorin, die selber geschrieben hat, dass sie an zwei Geschlechter glaubt. Und Dara sagt, hier in ihrer Arbeit geht eindeutig hervor, dass sie mehr als zwei Geschlechter meint. Und dann fragst du die Autorin und sie sagt, hä, nee, hab ich gar nicht gesagt, ich sag zwei. Und Dara sagt, ja, also bei Twitter sagt sie zwei, aber aus ihrer Studie könnte man das auch anders verstehen. Okay. Okay. Das ist so geil, oder? Wenn euch ein Autor... Menschenrechte, ja, Menschenrechte sind weird. also... bin... finde ich, finde ich kritisch. Äh, war keine Studie, nur ein Artikel. Ja gut, aber man kann ja aus so einem Artikel von einer Autorin auch alles reininterpretieren, was man möchte, auch wenn sie selber Nein sagt. Das kommt halt, wenn man so Google-Übersetzer nimmt oder so. ...mitliefert, wie die eigene Studie zu verstehen ist und man sagt, na, nee, 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 nee. Ich verstehe dich aber anders als du. Ist ja kein Fakt ohne eine Absicht. Ja, ist ja schon unterschiedlich, wenn Leute über Transrechte debattieren und wenn dann, wenn dann die Person, die sich für die Rechte von Transmenschen ausspricht, unterbrochen wird mit einem Biologie-6. Klasse-Vortrag. Ja, Alter, ihr habt Biologie überhaupt keine Klasse. Besser 6. Klasse als keine. Das ist ja peinlich. Weil, halt echt, wenn man im Kindergarten stehen geblieben ist, dann versteht man 6. Klasse Biologie halt nicht. Ein schlechter. Diese Antwort finde ich tatsächlich nur so halb zufriedenstellend. Aber bevor wir weitermachen, schaut euch unbedingt das ganze Gespräch an, denn ich bin eine der involvierten Personen und kann somit das Ganze nicht neutral bewerten. Aber warum finde ich denn seine Erklärung so sch- Danke für dein Am-Start-Sein. Was geht? Wach. Also, es gibt Safe-Transfeinde, die die biologischen Unterschiede... Ja, klar unterstellt Karl da. Also, da unterstellt er, dass wenn man einen Fakt nennt, dass man dann immer ne Absicht haben muss. Also, wenn ich sag 2 plus 2 ist 4, dann sagt Karl, ja, und welche Absicht hast du jetzt? Weltherrschaft? Möchtest du, möchtest du, möchtest du Transmenschen ihre Existenz wegnehmen? Dafür benutzen, um Transmenschen zu diskreditieren, diese auszuschließen oder zu schämen. Gibt es. Safe. Keine Frage drum. Aber... Ja, aber ist das Lucy? Ich glaub nicht, oder? Vor allem, man kann die doch fragen. Lucy ist doch kein Mensch, mit dem man nicht reden kann. Mit Nazis redet man nicht oder Leuten, denen ich unterstelle, sowas in der Art sein zu können. Safe hätten, bevor diese Sache passiert ist, hätten doch garantiert ein Karl oder ein Nathan oder so bei Lucy einmal mal anklopfen können und fragen können, ey, wie hast du denn das eigentlich gemeint? Nein, 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 nein. Mit Leuten, denen wir unterstellen, Nazi zu sein oder rechts zu sein oder Transfeind zu sein, mit denen redet man nicht. Die beleidigt man gottlos weg und dann sind die bestimmt weniger Transfeind. Also, auch einem AfD-Wähler, dem Karl sagt ja, ich würde den anspucken, der wählt dann bestimmt nicht mehr AfD. Aber nachdem man die so anschreit und beleidigt, dann natürlich nicht mehr. Dann sagt die irgendwann auch, nee, ich will nicht mehr mit euch reden. Aber man einfach freundlich an die Leute rangeht und man Lucy einfach sagt, ey, du sagst das und das, aber hast du mal bedacht das? Guck mal, hier ist eine Studie, so sieht es eigentlich aus. Die ist ja kein Mensch, der irgendwie komplett zumacht. Und ey, dann irgendwie, also jetzt natürlich schon, wenn die jetzt nach der Nummer irgendwie sagt, sie hat keinen Bock, mit denen zu reden, kann ich das nachvollziehen. Aber es ist so dämlich einfach. Danke sehr, Beef Squash. Man könnte mit den Leuten reden. Keine Frage, warum hat eben eigentlich ein Rode-Mikrofon, aber dann diesen Klettverschluss von Schuhe hier dran. Also, warum macht der Werbung für Schuhe? Kriegt er da Geld? Soll ich das jetzt auch hier hin machen? Soll ich das noch irgendwie so auf Krampf sieht? Also Lucy ist ja nicht irgendwie eine Aktivistin oder sowas. Nur weil diese Leute dieses Thema für sich ausnutzen, um ihre Ideologie durchzudrücken, heißt das doch nicht, dass Lucy die gleichen Absichten hatte. Ja, richtig. Nur weil es Idioten gibt, die das für ihre Ideologie ausnutzen, heißt das ja nicht, dass man nicht mehr neutral über das Thema sprechen darf, so wie es Lucy getan hat. Und demnach rechtfertigt das auch nicht die unfassbar harten Angriffe von Dekadent gegen Lucy. Und davon sind wir dann relativ schnell zu dem Thema Transfrauen im Frauensport abgedriftet. Geil, das kommt halt jedes Mal. Als wäre das nicht scheißegal für die allermeisten Leute. Für ein paar Sportlerinnen ist das vielleicht wichtig. Ja, ich glaube, das war aber sogar Dekadent. Oder war es ich oder Dekadent? War es? Ich weiß es gar nicht mehr. Entweder war ich es oder Dekadent hat so gesagt, ja, das ist das Gleiche wie bei den Transfrauen im Frauensport. Das sagen auch nur Transfeinde. Ist euch das wichtig? Ja. Das ist natürlich ein Extrembeispiel. Extrembeispiele sind immer wichtig, um so Aussagen und sowas zu prüfen, braucht man immer Extrembeispiele. Wo man besonders gut irgendwelche Fairness-Punkte finden kann. Aber an sich, für die meisten Leute, für die Lebensrealität, also ist der Sport relativ egal, oder? Ist es. Also, ich weiß nicht, wie viele Frauen im Leistungssport sind oder bei wie vielen. Aber das sagt der Karl auch. Also, ich erkläre es ja gleich nochmal, warum ich finde, dass man darüber sprechen sollte. Vereinen irgendwie, was drin ist. Also, ich kann das verstehen, dass man sich drum schreitet, aber an sich, dass es jedes Mal darauf kommt, es ist natürlich ein Thema, was irgendwie interessant ist oder bewegt, aber doch auch eher letztes Jahr schon irgendwie. Das ist langsam auch durchgekaut, oder? Dazu sagt er das hier. Also, es geht doch auch um andere Frauenräume. Ach so. Die Leute feiern es, wenn jemand komplett dummer ausse... Wer ist die Frau da? Mit wem redet der Typ? Mit wem redet der Typ? Meander Villa ist am Start. Danke für dein Am-Start-Sein. Und... Die Leute feiern es, wenn jemand komplett dummer ausse... Wer ist die Frau da? Mit wem redet der Typ? Jimmy unterstrich Cass ist am Start. Jimmy Cass, danke für dein Am-Start-Sein. Ach so, das S ist weg. Ach. Impfen. Aber woher hast du das Ding? Du hast ja nicht... Kein Schuhe, Mikrofon. Ich kann das viel mehr nachvollziehen, wenn die Frauen... Kann man das extra kaufen? Ich dachte, da kriegt man eins mit, sein Mikrofon mit, und das kriegt man sonst nicht. Okay, das kann man anscheinend extra kaufen. Im Umkreis Angst um andere Räume haben. Also, Leistungssport machen die meisten ja eh nicht. Hör mal, das Sportthema ist ja ein vorgeschobenes Thema, weil es den Diskurs verschiebt. Weißt du warum? Soll ich dir das erklären? Mhm. Also bist du interessiert, dann mach ich's. Ansonsten können wir auch rumkecken. Karl, ich lasse mich von dir belehren, Daddy. Ich bin immer interessiert. Okay, cool. Also... Komm mal, diese feindliche Grundhaltung erstmal schon mal. Ah, bist du überhaupt interessiert, dich von mir belehren zu lassen? Bist du interessiert? Willst du es überhaupt annehmen? Nein. Traust du dich? Das kommt ja auch straight up einfach aus transfeindlichen Regionen. Belehre mich, rote Tonne. In Amerika, da hat das den Ursprung mit dem Profisport. Und es verschiebt den Diskurs, weil es... Na, es sind ja solche Dinge passiert, dass es so Sportlerinnen gab, die, ähm, gut in Turnieren abgeschnitten haben, oder die, es gab, es gab trans Frauen, die Schönheitswettbewerbe gewonnen haben, wo dann Leute drauf gucken, und dann sag mal, wen findest du? Schön, also jetzt, jetzt, also jetzt mal ernsthaft, also so Schönheitswettbewerbe von Frauen. Ist das wirklich fair, wenn du so auch den Körper bewertest oder es ist halt bei der einen so nachgebaut? Ja gut, es ist, ja. Ja gut, jetzt kann man, natürlich kann man sagen, andere sind auch operiert. Ja, schwierig, aber bei Schönheitswettbewerben, wo es, wo es um Frauen oder Männer geht, geht es ja nicht darum, Leute zu bewerten, der Schönheit halber, die sich als Frau oder Mann identifizieren, darum geht es ja da nicht, genauso wenig wie beim Frauensport. Das reicht da einfach nicht als, obwohl es bei Schönheitswettbewerben ist es actually noch egaler als beim Frauensport, weil es da auch um weniger Geld geht meistens. Ähm, Imp ist der Vater der Trolle. Ja nice, ich weiß. Es ist schöner und man sagt, na, irgendwie gefällt mir optisch Platz 2 irgendwie besser als Platz 1. Solche Fälle sind ja jetzt mehrmals vorgekommen, aber ja, das sind halt Einzelfälle, aber natürlich kann man über Einzelfälle... Und Karl hat mir auch gesagt, dass es, dass es falsch ist zu sagen, dass, dass du nicht, nichts mit Transfrauen haben wollen würdest. Aber, weil man bei einer Dating-App ja auch nicht angibt, mit wem, wen du, ähm, Ausrufezeichen DC ist das hier, der Command für Discord, weil du ja bei einer Dating-App auch nicht angibst, wen du willst, weil du da ja auch angibst, wen du willst und nicht, wen du nicht willst. Aber, wenn ich da Frauen antippe und es keine Option für Transfrauen gibt, dann sind die ja wohl bei den Frauen drin. Und dann wäre ja diese exkludierende Option ja immer noch eigentlich gar nicht so ganz dumm, oder? Soweit, soweit ich das jetzt einschätzen kann. Also, jetzt, jetzt mal unabhängig von, von der persönlichen Einstellung, da ist das Argument nicht so besonders gut. ... auch reden, ne? ... ist die Behauptung aufstellt, dass Transmenschen nur deshalb, das sagen die, nur deshalb trans sind, um im Profisport zu dominieren. Ja, aber das ist auch schon wieder eine völlig verschobene Aussage. Andersrum wieder. Also, es mag Leute geben, die sagen, dass das immer so ist. Aber das ist ja nicht immer so. Und selbst wenn es nicht so wäre, Das ist ein Strom, Mann. ... dann ist es ja trotzdem unfair. Ne? Also, natürlich sind manche Sportlerinnen auch vorher männliche Sportler gewesen oder männlich auftretende Sportler und dann irgendwann haben sie gedacht, ey, ich bin trans und ich würde gern weiter Sport machen. und die gibt es auch. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Karl würde bei der Aussage durchdrehen. Allein, dass ich gesagt habe, dass es eine Transfrau ist, eine Person, die früher in einem männlichen Körper war. Nein, nein, nein. Das war nie ein Mann. Wieso spreche ich denn von einem männlichen Körper? Dann habe ich ja immer gefragt, ja, meinst du denn, also hat denn so eine Transfrau, also damals, als sie in einem, damals, als sie noch nicht transitioniert war, hat die weniger Muskeln oder oder einen anderen Körperbau als ein Cis-Mann? Und meinte Karl, nein. Und dann habe ich halt gesagt, ja gut, aber dann kann ich ja wohl sagen, dass die früher in einem männlichen Körper war, weil das ist ja dann der Fakt. Ich meine ja mit dem Körper, das Biologische, nicht das im Kopf da drin. Das ist ja wirklich nicht das, was ich so bewerten kann. Ja, aber es geht ja auch darum, dass man die Möglichkeit ausschließt. Ja, es gibt diese. Es gibt diese. Und es geht ja darum, dass man die Möglichkeit ausschließt. Stell dir mal vor, ich würde die Frage stellen, ja, wie ist denn das eigentlich bei einem Mord so? Wie ist denn das, wenn ich, wenn ich jemanden nicht direkt ermorde, sondern zum Beispiel dem eine Falle baue, die Falle den umbringt? Ist das dann immer noch Mord? Und dann würde so der Richter so sagen, ja, ist doch jetzt egal. Reden wir doch mal nicht über Extrembeispiele. Im Normalfall, wenn jemand jemanden umbringt, dann soll der ins Gefängnis. Sag ich, ja, aber wie ist denn das? Und wenn ich jetzt jemanden beauftrage, jemanden umzubringen, bin ich dann immer noch Mörder? Oder wir werden nicht dann bestraft? Dann sagt der Richter, ach, hör mal auf mit deinen Extrembeispielen. Im Allgemeinen muss ein Mörder ins Gefängnis. Und jetzt hör mal auf, den Diskurs zu verschieben. Und dann immer so, dass das immer so auf alle zu beziehen. Genauso wie als Lucy gesagt hat, ihr sucht euch das aus, diskriminiert zu werden. Das war ja die Aussage, die ja am meisten hinterhergeballert wurde. Also, sie hat ja nicht mal, mit ihr hat sie ja nicht mal gesagt, ihr Transmenschen, sondern sie hat ja quasi gesagt, ihr Finessi und Jill, please und sowas. Also kann man so und so verstehen. Sie ist ja gerade im Chat, sie kann ja sagen, wie sie es gemeint hat. Also, ich habe das so verstanden, dass sie mit... Sie hat es ja auch im Talk mit ihm gesagt. Ihr sucht euch das aus, die Leute gemeint hat, die in dem Video zu sehen waren. Andere haben mir unterstellt, sie meint alle Transmenschen damit. Alle Transmenschen besuchen es sich angeblich aus. Ich habe es nicht so verstanden. Andere Leute haben es so verstanden. Wer weiß, ob mit Absicht oder aus Versehen. Kann ja auch sein, dass es missverständlich ausgedrückt... By the way, ich stimme, ich habe es ja im Video selber gesagt oder so ähnlich. Ich würde trotzdem nicht sagen, dass Jill, please und Dings und Finessi sich den Hass, den sie bekommen... Ja, okay, selber ausgesucht ist schwierig. Ich würde aber trotzdem nicht sagen, dass sie selber schuld daran sind oder dass es gerechtfertigt ist. Weil Hass ist meiner Meinung nach nie wirklich gerechtfertigt, weil der ja auch destruktiv ist und nichts bringt. Deswegen bin ich da immer noch der Meinung, ja, du kannst die argumentativ halt versuchen zu zerlegen. Aber Hass ist nie die richtige Lösung da. Das ist ja Good Faith und Bad Faith Interpretation. Also, ich habe es auf alle bezogen, sagt jemand. Okay. Also, ich habe verstanden, dass es die... Ja, sie gießt Öl ins Feuer, sicher. Sie zieht damit auch den Hass auf alle Transmenschen. Finessi und Co., die ziehen auch Hass auf alle Transmenschen. Das kann man natürlich auch so interpretieren, dass sie sagen, ja, die haben es sich ausgesucht, dass sie dafür sorgen, dass Transmenschen gehasst werden. Und das ist auch in Teilen wahr. Also, ohne eine Finessi und Co. wird es deutlich weniger Hass auf Transmenschen geben. Zumindest in Deutschland. Bin ich der Meinung, ja. Und auch ohne Karl wird es weniger Frauenhasser geben, denke ich mal. Oder Ausländerhasser, I guess. Ja, das ist so. Alles, wofür sich Karl und Co. einsetzen, die wirken meistens immer das Gegenteil für die Gruppe. Als das, was sie wollen. Ja, ich habe es ja gehört. Ich habe es ja nur wegen dir reingeschnitten. Lucy meinte, sie hat den Ausschnitt gesehen, hat es mir auf Discord geschickt. Beziehungsweise wir hatten drüber geschrieben, wir hatten über Lucy geschrieben. Und dann meintest du ja, du hast hier einen Ausschnitt gesehen, den du schon kritisch fandest. Und hast ihn zitiert. Und dann meinte ich ja, das hat sie aber nicht so gesagt. Und dann hast du mir den geschickt. Und dann habe ich es mir erst mal angehört. Und dann dachte ich erst mal so, krass. Und dann habe ich es mir noch ein paar Mal angehört. Und ich glaube, beim zweiten, dritten Mal habe ich es dann irgendwie verstanden. Irgendwann. Weil ich ja auch aus dem Interview mit Imp die richtige Aussage kannte. Also da hat sie es ja klargestellt. Deswegen habe ich es dann irgendwann gecheckt, was sie gemeint hat. Und dass man nicht die allerbösartigste Interpretation davon nehmen sollte. In dem Video meinte. Aber man kann es vielleicht auch noch dazwischen nehmen, dass sie alle Aktivisten meint. Oder sowas. Weiß man ja nicht. Und die Frage, so habe ich es jetzt letztendlich aufgenommen. Die Frage, warum wir über Themen wie Transfrauen im Frauensport sprechen sollten, ist aus meiner Sicht tatsächlich relativ einfach zu beantworten. Denn so gesetzt... Ich habe es auch nicht gemeint. Natürlich suchen sich Transmenschen das nicht aus, sagt sie gerade im Chat. Ja, aber als du gemeint hast, ihr sucht euch das aus, meintest du mit... Wen meintest du mit ihr? Wirtschaftliche Sachen wie richtige Namen, richtige Pronomen oder auch richtige Toiletten sollten meiner Meinung nach für Transmenschen Konsens sein. Ach, die sollen einfach eine Toilette für alle, einfach so ein großes Loch wie bei 300. Da sollten alle reichen scheinen. Also, was Toiletten angeht, kann von mir auch schon getrennt sein. So stört mich eher weniger. Aber ich glaube nicht, dass Transfrauen auf Toiletten jetzt wirklich hier für Frauen auf Frauentoiletten eine Gefahr darstellen. Weil ich meine, da sind Türchen dazwischen. Also Frauen, ich weiß nicht, ob das die, die sich darüber so aufregen, wissen, aber bei Frauen, da gibt es jetzt nicht so hier diese Schüssel nebeneinander. Die haben da zwischen eine Tür und das ist zu. Also, also da ist recht wenig Gefahr. Perfekt. Und das wäre geil. Das ist clever. Danke sehr, Rosa Luxemburg. Danke sehr, Namognam. Danke, danke. Hier wird im Chat gesagt, ich finde es so geil, dass so viele aus der Ecke Ne, es war ein Soundalert. ...Ecke ist völlig absurd und transfeindlich finden, diese These aufzustellen, dass Frauen in Gefängnissen gefährdet sein könnten, wenn man das nicht richtig regelt. Also Gefängnisse sind ja eh gefährlich, oder nicht? Ach, der Dude hat sich schon 20, ach, der Dude hat schon 20 Frauen missbraucht oder jemanden getötet. Safe wird er nicht diesen Aufwand betreiben, also in seinen... Nee, bei Gefängnissen ist es wieder was ganz anderes oder in Schutzräumen. Wie gesagt, ich spreche wirklich von Toiletten. Ich glaube nicht, dass das gefährlich ist. Ich halte das wirklich nicht für gefährlich. Ich meine, da kann jetzt ein prinzipiell ein Mann, der sich dann als Frau verkleidet oder so, wenn man, so wie das immer wieder gesagt wird, eine Frau beim Händewaschen zu sehen. Und an sich steht ja auch vor den wenigsten Frauentoiletten jetzt eine Security-Person und schaut, dass da kein Mann reingeht. Also das wird ja auch selten so in dem Sinne, in dem Sinne wirklich von irgendwas beschützt, dass da kein Mann reinkommt. Das ist ja auch nicht so schlimm meistens. Langweiligen Jahrzehnten im Knast, um in den Frauenknast zu kommen. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber sonst sind, also das hat mich tatsächlich ein bisschen gewundert. Ich kann das verstehen, dass man da irgendwie das unfair findet, aber sonst scheren einen die Leute im Knast doch einen Scheiß. Und plötzlich interessiert man sich dann doch irgendwie für die, dass man dann plötzlich sagt, naja, aber die Gefängnisse sind ja nicht mehr sicher für junge Frauen im Frauenknast. Ja, aber sonst interessieren einen echt die Leute im Knast auch nicht, glaube ich. Aber okay, ich kann es verstehen, dass es... Ah, ja, an sich kann natürlich auch ein Mann sich an einen Mann vergehen. Prinzip ja auch eine Frau an einer Frau, obwohl ich... Man muss schon sagen, was das angeht, was so sexuelle Übergriffe angeht, sind Frauen schon, glaube ich, stark unterrepräsentiert. Also wirklich stark. Also da muss man, muss man, ähm, da kann man schon von einer irrelevanten Gruppe rechnen. Ich glaube, dass es da bei Männern und Männern deutlich mehr im Gefängnis wahrscheinlich zukommt. Ähm, aber rein prozentual ist es natürlich gefährlicher und weil sich eine Frau wahrscheinlich prinzipiell im Schnitt schlechter gegen den biologischen Körper eines Mannes wehren kann. Vom Konzept her befremdlich ist, aber es könnte immerhin, ähm, immerhin etwas weniger Scheiße da sein, Wir alle sollten davon ausgehen, dass wir Transmenschen einfach mit ihrem korrekten Namen und Pronomen ansprechen. Und das Gefahrenpotenzial von Transfrauen auf Frauentoiletten halte ich doch auch für recht gering. Aber bedeutet nicht eigentlich gerade das, dass die Themen, die schwierig zu beantworten Aber warum werdet ihr denn so krass sauer dann? Die Themen sind, über die wir sprechen sollten beziehungsweise über die man diskutieren muss, weil Ich glaube halt, das wird auch, die Antipathie wird auch viel größer dadurch, dass man Leuten, die Skepsis haben, nicht, äh, freundlich begegnet und sagt, ja, aber hast du es auch mal von der Seite gesehen? Ja, man kann die auch, man kann die halt auch Arschloch nennen oder, oder zugeschissene Menschenhaut oder so, das ist halt viel besser halt auch wirklich. Ich liebe diesen Clip, wo, ähm, wo About the Fruit sagt, ja, aber warum klärst du die Menschen nicht auf? Und dann sagt er, ja, weil das eine transfeindliche Fu ist. Sondern indem man sie anschreit, dann, äh, werden sie eher zumachen und sagen, okay, dann, äh, ihr seid Bekloppte, dann mag ich euch noch weniger. Also wenn man sagt, ja, aber könnte es nicht sein, das, und dann wird man dafür direkt beleidigt, bedroht, ist, glaube ich, der falsche Weg, um irgendwie für Akzeptanz zu sorgen. Weil wenn das andere doch eh selbstverständlich sein sollte, warum müssen wir dann darüber sprechen? Also, da reicht es doch eigentlich zu sagen, ja, natürlich ist das so und bei anderen Sachen, die eben viel schwieriger zu beantworten sind, sollte man eine Diskussion suchen, darüber sprechen und Lösungen finden. Und das hat absolut nichts... Das ist ganz, ganz, äh, ganz interessant, wie dieser 16-Jährige einfach cleverer ist als der Mitte 30-Jährige, oder? Danke. Ähm, das ist mir jetzt viel zu tun, dass man diese Menschen diskreditieren möchte. Also, ich, ich, wäre mir jetzt normalerweise unangenehm, wenn, wenn das Kompliment nicht gewesen wäre, dass ich besser bin als Dekadent. Irgendwann sind wir dann weiter zum Thema N-Wort gegangen und Karl hat dazu die Meinung, dass man als weiße Person das N-Wort niemals unter keinem Umstand benutzen darf. Äh, Funfact, das K-Wort über, über orientalische Menschen kann man benutzen, ne, das kann man gerne zitieren. Ich hab... Ja, ist so. Ich hab auch kein Problem mit dem... Ich kann das jetzt aussprechen. Ich hab damit kein Problem. Ich könnte, aber ich tue es nicht. Aber es gibt nur einen einzigen Grund, warum ich es nicht tue und warum ich es in dem Video nicht getan habe beim Zitieren. Weil ich Angst habe, dass es aus dem Kontext geschnitten wird und ich mit meiner Reichweite noch nicht die Kraft hätte, gegen so einen, äh, gegen sowas anzukommen. Das Ding ist, natürlich, wenn man das jetzt so auf Kontext anspricht, natürlich, ähm, könnte man, fühlt sich davon Schwarzer angegriffen. Aber kein Schwarzer auf dieser Welt fühlt sich dadurch angegriffen, dass du es komplett zitierst. Also, ich hab ein paar Schwarze Freunde. Wenn du die fragst, ey, hast du ein Problem damit, wenn ich als Weißer in einem aufklärerischen Kontext das N-Wort zitiere, äh, die denken schon auch, du bist ein bisschen blöd, oder? Also, du, also wirklich, niemand auf dieser Welt, der betroffen ist, okay, wahrscheinlich ein paar, aber die große, große Mehrheit hat kein Problem damit und damit verletzt du keine Menschen im Normalfall. Gibt natürlich ein paar, gibt immer ein paar Fälle. Aber wieso Karl gesagt hat, ja, 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 wieso traust du es denn nicht? Mach doch. Ja, ich mach. Ne, mach ich nicht, weil Karl würde mich dafür canceln. Aber es ist ja auch dumm, das einfach nur zu sagen, um deinen Punkt stärker darzustellen. Also, Karl sagt ja so, ja, du bist ja offensichtlich dagegen, weil du es nicht benutzt. Benutze es mal, komm, trau dich, trau dich. Also wirklich, wahrscheinlich wollte er provozieren, dass ich sage, damit er mich dann canceln kann. Ne, ich sag's nicht. Es wird entweder aus dem Kontext geschnitten und es hat keinen Vorteil in dem Kontext. Ich kann N-Wort sagen und jeder weiß, was ich meine. Clips von Karl, von, ich weiß nicht, war es letztes Jahr oder dieses Jahr? Da sagt er, wie nennt man es? Ich glaube, ich spreche es lieber nicht aus. Ihr könnt es euch denken. Türken in Deutschland, die kriegen öfter mal so ein Wort mit K. Aber, aber Kenek ist doch Selbstbezeichnung oftmals. Also, ich hab, also, die Ohren gehauen. Das kann Karl einfach im Stream sagen, weil das ist ja zitiert. Das ist ja nicht seine Meinung. Das ist ja aus der Sicht von jemandem, der es sagen würde. Ne, deswegen völlig in Ordnung. Kann man machen, obwohl es auch eine rassistische Beleidigung ist. rassistische Beleidigung ist so dumm. Du kannst ein paar, ein paar Buchstaben sind nie eine rassistische Beleidigung. Immer nur die Meinung, die dahinter steht oder das Weltbild, das du damit vertreten möchtest, das ist dein Rassismus. Aber ein paar aneinandergereihte Buchstaben sind kein Rassismus. Das ist nie das Problem. Die vier, fünf Buchstaben machen, machen für den Betroffenen keinen Unterschied. Das, was du dadurch aussagen möchtest, wie du es rüberbringst, das ist die rassistische Beleidigung. Und das ist in einem Zitat eben nicht gegeben. Erwin einfach gesagt, sieg heil Erwin, Zitat. Das kann man aussprechen alles, außer dieses eine Wort mit N. Das kann man nicht aussprechen. Man kann auch zu Sinan sagen, er ist weder ganz Türke noch ganz Deutscher, sondern ganz Arschloch. Das darf man sagen. Also Leuten einfach mal die Nationalität absprechen, weil er keinen Arianachweis hat oder so ähnlich. Ja, ja. Viele Ausländer nennen sich selber so. Das ist jetzt kein Geheimnis. Das ist ja so, wie der kleine, süße Beuter schon sagt. Jay, möchtest du mein Monte werden? Danke für dein Wiesab. Das machen viele. Aber es ist ja auch nichts Schlimmes. Also ich glaube, recht viele würden dir auch erlauben, das zu benutzen. Sogar. Also so ist es nicht. Die anderen, mhm. Ist es nicht? Ich glaube, mittlerweile haben auch viele gar kein Problem mehr damit. Eigentlich so, dass alle rassistischen Beleidigungen irgendwie eine History dahinter haben und verletzend sein können, dass man dann konsequent sein sollte und sagen würde, das K-Wort, das lasse ich mir auch weg. Nein. Oh gut, der kommt irgendwo auch vom Dorf oder so. Er hat gesagt, er hat mit 25 das erste Mal einen Schwarzen gesehen, aber ich bin aufgewachsen in einem Viertel mit, ähm. Das ist schon wild. Also ich weiß nicht, wann ich das erste Mal einen Schwarzen gesehen habe, aber es war nicht 25. Mit Schwarzen, mit Asiaten, mit Türken, mit Kurden. und ich habe das eher so verstanden, N-Wort sagt man nicht, aber Beleidigungen gegen andere ethnische Gruppen sagt man genauso wenig. Und wenn K da sitzt und sagt, das eine Wort geht nicht, die anderen, ah, wenn man das, ne, wenn man das nur zitiert oder nur so, so aus Spaß, ne, ob das K-Wort nicht einfach nur Mensch heißt, ist es richtig? Heißt es auch, aber, aber gegen, gegen das N-Wort spricht, wenn du die reine Wortbedeutung nimmst, auch nichts. Wenn du die reine Wortbedeutung von heteronormativ nimmst, spricht dagegen ja eigentlich auch nichts, wenn du sagst, die allermeisten Menschen sind, sind hetero. Dagegen würde an sich ja eigentlich auch nichts sprechen, solange nicht Leute anfangen zu sagen, ja, alles, was nicht die Norm ist, ist Abnorm. Ich meine, so wäre sogar die Aussage richtig, im Durchschnitt ist ein Mensch weiblich. Es ist an sich in Deutschland oder ich glaube in den allermeisten Ländern sogar die richtige Aussage. Wenn du sagst, der durchschnittliche Mensch in den meisten Ländern ist weiblich. Also ist die Norm weiblich. Aber, da ist es ja nochmal viel weniger krass, also bei, 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 ähm, äh, warte mal, ist halt nicht dasselbe. Also auf jeden Fall, auf jeden Fall ist es, finde ich, meiner Meinung nach, ist es, ist es natürlich nicht das Problem, das N-Wort an sich, weil die Herkunft ist, soweit ich weiß, nicht, nicht wirklich schlimm. Es ist, glaube ich, Spanisch, oder was war es noch gleich? und, und, ähm, genauso ist es mit dem, äh, ist es mit dem K-Wort, aber, aber der, der Unterschied ist halt, dass, dass bei manchen Worten da halt was Schlechtes draus gemacht wurde und bei anderen nicht. Und bei heteronormativ gehört mittlerweile halt viel, viel mehr dazu, wie, wie, wie es auch nachher noch Thema wird. Aber das N-Wort heißt eigentlich auch eher nur schwarz, wenn du, ich bin heteronormativ, das bist du nicht, hoffe ich. Weißt, was schwarz auf, genau, negativ belegt sind, das habe ich gerade sehr stammelig und schlecht drüber gebracht. Genau das. Auf Latein heißt, beziehungsweise heute noch, auf Spanisch, dann, ne, kannst du es dir erleiden, wo das Wort herkommt. Aber, man kann sich darauf einigen, dass es in einem Kontext benutzt wurde, der Leuten wehgetan hat. Genauso ist es mit den anderen Wörtern, aber auch. Auch nicht als Zitat oder so. Und als schwarze Person darf man es in manchen Fällen verwenden, beziehungsweise, man darf es vielleicht verwenden, er ist sich da nicht ganz sicher. Und, korrigiere, korrigiere, Dekadent hat gesagt, er ist sich ganz sicher, er darfst du nicht sagen, weil er die falsche Hautfarbe hat. Also, Dekadent hat gesagt, nein, 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 er hat nicht vielleicht gesagt oder er ist sich nicht sicher, er hat eine ganz, ganz klare Meinung dazu, er darf sie nur nicht aussprechen, weil er dazu die falsche Hautfarbe hat. Ja, und wenn ich dann zu Neidern sowas sage wie, ey, es gibt doch Leute, die sind Kinder von einem Schwarzen und einer Weißen, dann sagt er, jetzt kommst du mit so Extrembeispielen. Das gibt's noch. Dazu kommt's noch, zu Rassenvermischung kommt's noch. Wo kommen wir denn dahin? Extrembeispielen im Freundeskreis. Das geht. Leute können völlig unterschiedlich aussehen und Kinder miteinander kriegen. Das kann man machen. Was? Das ist möglich. Das ist biologisch möglich. Was denn da für ein krasses Extrembeispiel? Dass einfach Leute von verschiedenen Ethnien da Kinder miteinander kriegen, das wär ja krass. Sehr krass. Und wie ist es dann? Dürfen die dann? Nee, das geht ja gar nicht, weil die dürfen ja nicht zur gleichen Zeit am gleichen Ort sein, soweit ich weiß. Man muss ja für Museen wieder verschiedene Eintrittszeiten für Schwarze und Weiße einführen, damit die Weißen, die Schwarzen nicht diskriminieren können. Und das Kind ist dann so eine Mischung daraus. Es ist im heutigen Deutschland kein Extremfall, dass die Eltern aus verschiedenen Ländern kommen. Das ist gar nicht so selten. Wer ist die Frau da? Mit wem redet der Typ? Moin Kiro, ist am Start. Danke für dein am Start sein. Ist das nicht kulturelle Aneignung? Doch, ich glaube auch. Ich glaube, das ist nicht in Ordnung. Und so logisch das erst mal klingen mag, habe ich hier direkt erst mal die Frage gestellt, wie es dann aussieht, wenn einer deiner Elternteile weiß und der andere schwarz ist. Ja, oder das kann ja ins Unendliche gehen. Das ist ein Spektrum. Deswegen habe ich, also er hat gesagt, wenn ein Elternteil weiß und der andere schwarz ist, dann bist du POC. Aber es geht ja auch nicht um POC, sondern um Schwarze eigentlich. Aber jedes Mal, wenn ich von Schwarzen gesprochen habe, hat er mir gesagt, ah, 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 BPOC. Oder POC. Nee, er hat jedes Mal nur POC gesagt. BPOC würde ja noch Sinn ergeben. Ja gut, und dann sagt er in der Reaction darauf, nee, nee, es geht ja auch nicht um POCs, sondern es geht um Schwarze. Und die gleichen Leute, die sagen, du bist ein weißer Mann, verhalte ich entsprechend. Die gleichen Leute, die sagen, ja, sonst also alles Spektrum, Geschlechtsspektrum, ist dies oder ist jenes. Na, aber Hautfarbe ist doch, das ist doch das Spektrum. Hautfarbe, das ist deine Ethnie. Die bleibt so, wie sie ist und die verändert sich nicht. Da machen wir Gentest oder Augenausmessung oder Schädelausmessung oder so. So schlechthin. Also alles, was du, jede Hautfarbe, die es theoretisch geben könnte, die gibt es doch irgendwo. Ich glaube, man hätte, vielleicht hätte man ja sowas wie Sklaverei oder so auch beibehalten können, wenn man dazu gesagt hätte, ja, so, oder die Rassentrennung in Bussen oder so. Wenn man sagt, ja, wir machen nur andere Busse für Schwarze, damit die Weißen, die Schwarzen nicht diskriminieren können. Ich glaube, so hätte man das beibehalten dürfen. Oder andere Arbeitsplätze für Schwarze und für Weiße. Wir machen das nur deswegen, wie in diesem Museum da, damit die Weißen, die Schwarzen nicht die ganze Zeit diskriminieren. Also, es gibt doch, es ist wirklich ein Spektrum. Und wenn du dann sagst, der Schwarze, der 100% schwarz ist, der, weiß ich nicht, aussieht wie Shaquille O'Neal oder so, der darf das sagen. Und der Weiße, der aussieht wie Markus Lanz, der darf das nicht sagen. Ja, und was ist, darf Sammy Deluxe das sagen? Ist der jetzt ein Extrembeispiel? Geht es bei dem, oder ab wo, bis wo, Obama ist auch halt. Wer ist die Frau da? Mit wem redet der Typ? Smoky unterstrich 86 ist am Start. Danke für dein Follower. Halb schwarz, halb weiß. Der gilt dann noch als Schwarzer, ne? Aber, also das... Ich blende gleich ein gutes Beispiel ein. Naja, ihr seht, Extrembeispiele. Es gibt inzwischen immer mehr Leute, die miteinander Kinder kriegen, die, ja, oder B-Tide. Der hat es schon ein paar Mal gesagt, aber so dunkel war der jetzt auch nicht, ne? Also, Hengame bezeichnet sich als Person of Color. Hier, Hengame. Guckt euch die mal an. Das hier, das hier ist Hengame. Die bezeichnet sich als Person of Color. Guckt euch die mal an, die ist heller als ich. Viel weiter, dann wird es nicht. Also, ich bin, ich bin ja neben der, also, also jetzt, ich bin jetzt auch nicht so superbraun, aber hier die Sonne, wenn ich, wenn ich ein paar Tage noch in die Sonne gehe, dann bin ich ja, darf ich ja, darf ich ja die ganze Zeit da das N-Wort um mich rumschmeißen, neben der. Wenn die Person of Color ist dann, also, guck mich mal an, dann bin ich ja auch. Oder was? Karl hat darauf ganz geantwortet. ja. So, okay, ein Opa von mir ist schwarz, die anderen sind alle weiß. Boah, hat den eigentlich schon mal jemand erklärt, dass schwarz keine Farbe ist? Halt echt? Den müsste man mal erklären, dass, dass schwarz keine Farbe ist. Bin ich dann, bin ich dann schwarz genug, um BPOC zu sein, oder noch weiß? Da merkt er jetzt, dass seine Ideologie keinen Sinn ergibt, ne? Ich bin wirklich verwirrt. Also, ich versuche, das glaube ich ihm sofort, dass er verwirrt ist. Also, ich habe es ihm auch instant geglaubt. Jetzt sucht er sich irgendeinen Ausweg, um nicht antworten zu müssen. Ich versuche herauszufinden, welchen Punkt du damit machen möchtest. Es geht mir nicht darum, welchen Punkt ich machen möchte. Ich habe eine Frage gestellt und du gibst mir bitte eine Antwort, oder nicht? Dass die Ideologie keinen Sinn ergibt. Einfach? Dass es nicht? Alter, das ist so unglaublich, dass in der Informatik das eigentlich aufgenommen, positiv aufgenommen wird, wenn es einen Hacker gibt. Ja? Du stellst irgendein Programm auf, Version 1.0. Dann kommt ein Hacker rein und sagt, diese fünf Stellen hier sind offen. Extrembeispiel? Ja, ich glaube, das nennt man dann Extrembeispiel. Wenn du so Bug findest, ach, das ist ein Extrembeispiel. Das wird doch nie einer machen. Hier kann man rein. So, dann sagt man, danke, Herr Hacker, wie kann ich das zumachen? Hier ist Version 1.1. Karl macht das so. Er stellt Version 1.0 hin. Es kommt ein Hacker nach dem anderen rein und sagt, hier sind diese zehn Türen offen. Und er sagt, welchen Punkt wollt ihr machen? Ihr seid alle böse. Ihr müsst wohl rechtsextrem sein. Also sonst würde... Sonst würde man nicht immer so Extrembeispiele nehmen. Die ja nicht daran... Ich finde, Jura ist eigentlich auch... Ist eigentlich oft Extrembeispiele. Also ich glaube, Jura ist schon an sich auch sehr rechts. Eingehen. Eigentlich... Eigentlich stellt man ein Grundkonstrukt auf, dann prüft man es auf Herz und Nieren und dann verbessert man es nochmal. Aber er wird einfach nur sauer, statt irgendwas zu verbessern. Jedes Mal sitzt er da und sagt, warum hackt ihr mich denn einfach? So einfach ist, wie du es dir vorstellst, zu sagen, dass eine Person weiß oder People of Color ist. Person of Color. Ja, das kann... Also... Genau den gleichen Kritikpunkt kannst du bei kultureller Aneignung bringen. Hier, ich hol's euch. Die Leute feiern es, wenn jemand komplett dumme Aussagen... Und... Hier kommt noch ein Follow. Wer ist die Frau da? Mit wem redet der Typ? Mit wem redet der Typ? Tante Chemie85 ist am Start. Danke für dein Follow. Zack. Dieses Buch hier. Da drinnen wurde auch geschrieben, damit kulturelle Aneignung... Warte, ich stell's wieder weg. Damit kulturelle Aneignung als Konzept überhaupt Sinn ergibt, muss man ja von einer Art Reinheit der Kulturen ausgehen. Ja, Rassenreinheit. Das klingt irgendwie gar nicht so besonders vogue. Ehen. Man muss dann sagen, dies ist die Kultur von denen, das ist die von denen. Ja. Erst dann kann man sich voneinander aneignen. Weil wenn sich eh alle vermischen miteinander, dann eignest du nichts an. Dann bedienst du dich deiner eigenen Kultur. Wie soll das sonst gehen? Aber die letzten Jahre oder die letzten Jahrzehnte, ja, da wurde so viel globalisiert, da kannst du schwer sagen, hier sind die Schwarzen und hier sind die Weißen und hier sind die Weißen. Und das ist auch ein Problem. Also, muss man sagen, ist ja auch wirklich schlimm, dass die Rassen nicht mehr so ganz untertrennt sind. Oder? Also, ich glaube, ich glaube da, das ist halt wirklich ein Problem, dass es da so Lücken in dem System von Rassentrennung gibt bei Karl. Kann man nichts gegen machen, leider. Also, die Asiaten, weil alle fahren durch die Welt, ziehen um, der eine wohnt mal hier, der andere wohnt da. Natürlich hast du immer noch die Gebiete, wo hauptsächlich die Leute wohnen, die da schon vor Tausenden von Jahren gewohnt haben oder vor Hunderten. Was kulturelle Aneignung angeht, ich verstehe es generell gar nicht. Es war doch in der Menschheitsgeschichte schon immer so, dass wenn sich so zwei Völker begegnet sind und man sich nicht bekriegt hat, dass man dann eigentlich die Texte... Wer ist die Frau da? Erstmal ein Follower. Mit wem redet der Typ? BP unterstrich, die unterstrich, adorable unterstrich, BP ist am Start. Danke für dein am Start sein. Es war doch eigentlich schon immer so, dass man dann gesagt hat, ja, wir nehmen das von dieser Kultur hier mit, diese Technik, das von dieser Kultur und am Ende ist die gesamte Menschheit daran gewachsen, dass man voneinander gelernt hat und sich die Vorteile immer den Kulturen gegenseitig vermischt hat und immer wieder die besseren Techniken übernommen hat und so weiter. Warum macht man das jetzt da, warum sagt man jetzt da, nee, das muss sofort aufhören, weil dann nehmen die einen den anderen ja was weg. Kann man nicht einfach als Menschheit... Wenn jemand komplett dummer aussagt... Wer ist die Frau da? Mit wem redet der Typ? Mit wem redet der Typ? Löwe 0110 ist am Start. Danke für dein am Start sein. Aber in vielen Fällen sind die Völker einfach rumgewandert. Also die sind schon damals rumgewandert, aber heute halt mehr. Ja? Und du hast heutzutage in Deutschland... Wer ist die Frau da? Mit wem redet der Typ? Mit wem redet der Typ? Sani unterstrich, Griechen ist am Start. Danke für dein am Start sein. Und hast du so einen Melting Pot der Kulturen? Dass es völlig unmöglich ist, die wieder irgendwie auseinander zu klamüsern. Du hast dir auch total... Ich halte das auch gar nicht für so eine unbedingt woke Idee, so Rassen wieder zu trennen. Die weiße mit Dreadlocks, die die aber von Schwarzen gemacht bekommen haben. Die haben die vielleicht bei ihren schwarzen Freunden gesehen, gesagt, sieht cool aus, kann ich das auch haben. Und der schwarze Freund macht denen die. Und dann kommt irgendein Weißer daher und sagt, lass das mal. Dann teilt euch mal wieder auseinander. Ne, oder... Ich verstehe den Punkt, was er sagt. Hört mal auf, hört mal auf, mit schwarzen Kindern zu bekommen. Dann findet ihr... Dann macht ihr so viele Extrembeispiele bei. Ich finde, das können wir wieder trennen. Irgendwie, wenn man aussieht wie Karl, dann sollte man das N-Wort nicht sagen, nicht mal beim Stronghold spielen. Verstehe ich den Punkt. Aber an sich ist das eigentlich eine Sache aus dem letzten Jahrtausend. Oder Jahrhundert. Jahrhundert, Jahrtausend ist ja auch egal, aber inzwischen ist es halt nicht mehr so. Inzwischen ist das alles durcheinander gemischt. Wir haben Leben in einer Zeit, da hat es in Amerika einen schwarzen Präsidenten gegeben. Nur 50 Jahre nach Martin Luther King wählen die einen schwarzen zum Präsidenten. Unglaublich eigentlich. Also es waren glaube ich sogar nur 40 Jahre. Oder waren es 40, 50? Obama war 2008, oder? Martin Luther King war 68. Okay, egal. Es ist relativ einfach. Karl wieder hier die Rassentrennung erfindet. Ich finde es so genial. Wer denn, wer jetzt die Gruppe an Menschen ist, die Rassentrennung wieder einführen möchte. Also ich sehe jetzt kein großes Problem darin, den Weißen von einem POC zu unterscheiden. Hä? Was? Das ist relativ einfach. Wie genau der guckt? Karl findet es relativ einfach, einen Weißen von einem POC zu unterscheiden. Mhm. Habe ich das richtig verstanden gerade? Hat der bei Sinan zum Beispiel direkt gesehen, dass der Türke ist? Sinans Woche, ihr wisst, wie der auszieht. Der ist kein richtiger Deutscher, kein richtiger Türkis, sondern ein ganzes Arschloch. So sagt man das nämlich zu Leuten, die keine richtigen Deutschen sind. Wenn ihr jetzt nicht den Namen kennt, wenn ihr dem nur ins Gesicht guckt, hättet ihr dem ins Gesicht geguckt und gesagt, ein Deutsch, drei Viertel Türke? Weiß ich nicht. Erwin zählt teilweise auch als POC. Ist das so ein... By the way, ich weiß auch gar nicht, also es gibt auch ganz, also ganz Türken, wo sind wir da wieder gelandet? Das ist so crazy, aber es gibt auch Leute, die komplett Türke sind, die gar nicht so unterschiedlich jetzt aussehen. Zuvolligerweise, was hier so Unterschiede zwischen Gruppen angeht, wie es hieß, schwarze Mädchen brauchen eine schwarze Prinzessin, zu der sie aufschauen können. Mit sowas muss man ja eigentlich schon davon ausgehen, dass alle Schwarzen mehr oder weniger gleich aussehen, weil sonst können die sich ja eigentlich mit Weißen fast genauso gut identifizieren. Weil es ja vielleicht Weiße gibt, die einer anderen schwarzen Person ähnlicher sehen, als eine schwarze Person einer anderen schwarzen Person. Ich meine, das ist... Was ist denn das für ein System? Einfach? Also ich kann nicht bei jedem sehen, wo der herkommt. Oder wo seine Vorfahren herkommen. Dann hast du einfach die falschen Augen. Simons Woche. Ja, also... Was? Also du kannst natürlich den... Den durchschnittlich klischeehaften Vertreter einer ethnischen Gruppe vielleicht unterscheiden von einem anderen oder sowas. Aber was? Bin ich auch POC? Mein Opa kommt aus Polen. Nee, nee, Polen sind noch Weiße, habe ich gelernt. Aber Bosnien ist schon... Bosnien ist zum Teil POC. So Balkanraum, da ist irgendwo die Grenze. Ich weiß auch nicht. Ich bin da letztes Jahr durchgefahren. Ich weiß nicht. Also ich hatte da eigentlich tatsächlich nicht so einen klaren Cut gesehen, wo... Also ich... Ich bin da von quasi oben Kroatien runter bis nach Griechenland gefahren. Da war tatsächlich keine Landesgrenze, wo du erst... Wo du erst so noch Weiße gesehen hast und dann waren es auf einmal... Waren es auf einmal Schwarze. Und die durften dann alle das N-Wort benutzen. Ich weiß nicht, ich bin zum Teil aus dieser Balkanregion, manche Vorfahren. Also meine ganz... Also als Österreicher oder Großteil Österreicher bin ich glaube ich einfach noch noch deutscher als deutsch. Große Eltern, die kommen alle aus anderen Regionen. Deswegen weiß ich nicht, wer da genau zählt. Bei einem bin ich mir ziemlich sicher, ist ein Allmann gewesen. Aber bei den drei anderen aus verschiedenen Regionen Osten, verschiedene Höhe. Manches war damals, Deutschland ist jetzt Polen, manches war damals, Tschechoslowakei, so diese Regionen. Aber... Ich weiß auch nicht genau, ob Tschechien oder Slowakei, aber irgendwas davon. Aber... Also... Wo komme ich denn her, Karl? Wo kommen denn meine Gene her? Ich weiß auch gar nicht... Die Sache ist... Ähm... So... Wenn du dann nach Osten gehst... Aha... Dann kannst du ja auch irgendwann oder so... Ja, Türkei... Dann in die Richtung darfst du ja dann wieder zumindest das Cardboard sagen. Also weiter... Als Uropa kenne ich auch gar nicht. Wo die vorher gewesen sind, weiß ich nicht. Könnte von irgendwo sein. Also wenn die irgendwo aus der Balkanregion kommen, kann auch sein, dass die davor irgendwie noch weiter gewohnt haben und vielleicht aus Griechenland oder aus der Türkei darüber gegangen sind. Also darf man als Grieche das Cardboard sagen? Jetzt einfach mal so die Frage. Weil als Türkei ja, aber wo ist da die Landesgrenze, das Ding? Oder ist das dann... Weil im Spektrum kann es ja definitiv nicht sein. Dann muss es ja die Landesgrenze eigentlich sein, oder? Aber weiß das... Weiß man nicht. Vielleicht ist jemand aus Polen, aus Russland irgendwo... Keine Ahnung. Kann sein. Doch da habe ich Vorfahren auch aus Norwegen oder Dänemark. Ange... Ange... könnte Ahnenforschung machen. Aber ich gelte wahrscheinlich als Weißer. Aber guck mal, der so blond und blauäugig bin ich auch nicht, ne? Ist schon ganz schön dunkel. Meine Augen sind grün übrigens. Also... Weiß ich, ob man das sieht. Meine auch. Meine auch. Sieht man? Geld, 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 Geld. Also, ich bin auch eigentlich... Kein Gott, kein Staat, kein Vaterland, Schwarz, Rot, Gold wird abgebrannt. Ja, richtig. Danke sehr. Danke sehr an die Antifa. Ich habe verrückte Augen. Naja, aber man sieht es halt nicht bei allen. Das ist echt schlimm auch. Ich habe auch mehrere Freunde, die... Also, ich habe mehrere Freunde, wo deren Eltern auch aus verschiedenen Regionen kommen. Imp ist der Beste. Also, bei Dekadent bekommst du so ganz schnell einen Bann. Hier bekommst du, wenn du das lang genug machst, VIP. Aber bei Carl wärst du jetzt schon gebannt. Irgendeine Mischung aus aus Inder und Pole oder aus Marokkaner und Spanier und sowas. Und so ein Carl will sich jetzt da hinsetzen, will den ins Gesicht gucken und sagen, ah, ich habe hier so eine Auswertung. Hier kommen deine Vorfahrt. Ja, wie wenn die diese Spucke-Tests machen oder was. Sieht man das direkt? Weiß ich nicht. Wer ist die Frau, oder? Mit wem redet der Typ? Mit wem redet der Typ? Der Beglep-Omski ist am Start. Danke für dein Am-Start-Sein. Was geht? Das war tatsächlich ziemlich lustig, weil wir hier eine ganze Weile aneinander vorbeigeredet haben. Weil ich eben von ihm wissen wollte, wie viel POC beziehungsweise schwarz man sein muss, um nach seinem Weltbild das N-Wort benutzen zu dürfen. Ab 25% darf man. Wie bei Family Guy mit so einer Tafel. Man macht ein Foto von dir, geht man da mit der Pipette rein und sagt, ah, du darfst es einmal die Woche sagen. Und er hat das Ganze eben anders gesehen, beziehungsweise verwendet... Das ist auch echt ein geiles Foto von ihm, oder? POC nicht für die Hautfarbe, sondern eher als ein Konzept der sozialen Marginalisierung, soweit ich das verstanden habe. Und das ist laut seinem Weltbild anscheinend binär. Was für mich... Ja, nee, ist halt eben nicht... Ist eben nicht binär. In Deutschland bist du zum Beispiel ja auch... Ist nicht binär? Ist nicht binär? Boah, das klingt aber schon... Das klingt ziemlich rechts hier von Imp. Also Imp, du Rassist, behauptest, Menschen sind nicht binär in ihrer Rassenherkunft. Bist du jetzt... Ob du in Deutschland jetzt ein... Wenn du zum Beispiel... Du hast dieses Problem mit den Nachnamen. Ne? Du bewirbst dich auf einen Job oder auf eine Wohnung und du hast einen Nachnamen wie Schröder oder sowas. Dann gilt es so als am einfachsten. Beste Chancen. Wenn du jetzt Öztürk heißt... Am besten bist du dann noch eine Frau. Weil dann hast du es tatsächlich einfacher, eine Wohnung zu bekommen meistens. Weil Männer oftmals mehr Quatsch machen. Und dadurch dann alle Männer verurteilt werden. Dementsprechend. Und... Und dementsprechend... Ja. Das ist auch ein Argument, warum ich nicht sage, dass wir in einem allgemeinen Patriarchat leben. Weil es halt eben Punkte gibt, in denen es auch Frauen leichter haben. Schwieriger. Ne? Aber was ist denn mit den ganzen Wischniewskis und sowas? Was ist denn mit denen? Oder Buschkowski oder sowas? Ich glaube, die dürfen dann... Ja, die dürfen, glaube ich, K-Wort sagen, oder? Ja, weiß ich nicht. Die sind da irgendwie dazwischen, oder? Die sind nicht so marginalisiert wie Yildirim, aber irgendwie doch mehr als Schröder und Müller, oder? Also, wo sind die? Ist das binär? Ist das genau das Gleiche? Ja, weil... Es gibt ja viele Deutsche mit Vorfahren aus Osteuropa, ne? Aus irgendwo, aus, ja, Polen oder aus Balkan oder Russland oder sowas. Und die sind ja auch ein bisschen marginalisiert. Sie sind ja alle armen Leute, POC. Das klingt interessant. Ja, wenn du obdachlos bist, wenn du hier Harald vor einer Reeperbahn bist... Dann darfst du das N-Wort sagen. Ne, glaube ich nicht. Aber du darfst wahrscheinlich, aber wahrscheinlich, ähm... Ja, wahrscheinlich Penner darfst du sagen dann. Dann bist du marginalisiert, auch wenn der ein weißer Deutscher ist. Ja, und Harald heißt. Das ist dann auch egal, ob der Harald oder Ali oder wie auch immer heißt, der ist ja da trotzdem auf der Straße. Wie ist es mit Öschmitz? Ey, es gab einen richtig geilen Vorschlag. GAS OVER! Habe blaue Augen und blonde Haare. Aber meine Vorfahren großmütterlicherseits waren Rumänen. Bin ich POC genug? Vielleicht muss ich mal zum FaceReeding-Bakar. Der kann das sehen, Kappa. Danke sehr, Eckhead Eric und danke sehr an den Bartmensch. Hier, es soll ein neues Namensrecht geben, ähm, dass man mehr Freiheiten bei der Wahl des Nachnamens kriegt, als wenn man, wenn man, wenn man heiratet. Komplett dumme Aussagen. Wer ist die Frau? Die Leute Feines. Mit wem redet der Typ? Pazifistischer Lumpf ist am Start. Pazifistischer Lumpf? Schön, dass du reinschaust. Was geht, was geht. Ähm, ja, was das ist, was diese einfachere Wohnungssuche für Frauen angeht, hatte ja Karl gesagt, naja, ähm, das haben vielleicht Frauen in der Wohnungssuche leichter, aber andererseits werden ihnen ja dann manchmal irgendwie so sexuelle Dienste irgendwie für die Wohnung dann angeboten, in WGs oder sowas. Und dass sie es ja deswegen doch schwerer hätten. Aber da bin ich mir tatsächlich auch gar nicht so ganz sicher, weil an sich, ja, natürlich ist es wahrscheinlich nervig, aber nur, weil es das auch manchmal gibt, heißt es ja nicht, heißt es ja nicht, dass du es im Allgemeinen schwerer hast. Also, ja, bei WGs wahrscheinlich, ja, 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 klar, oder bei Untermieter oder so. Aber du musst das ja nicht machen und das ist ja nicht der einzige Weg, der möglich ist. Und nur, weil es das auch gibt, heißt es ja nicht, dass es im Allgemeinen nicht auch einfacher sein kann. Es kann ja beides geben. Also, du bist ja zu nichts verpflichtet an sich. Und es ist wahrscheinlich auch nicht die einzige Möglichkeit, die es dir einfacher macht. Ist das nicht eigentlich nur eine weitere Option, die aufgeht quasi? Eine weitere ziemlich komische Option, aber an sich nichts, was es dadurch dann schwerer macht? Ja, okay, vielleicht ein bisschen schwerer zu sortieren oder so, aber... ...wartet, ne, und, äh, man... Danke sehr, danke sehr, ähm... Wer war das, war das hier, warte, nochmal zurück, äh... Sartek, danke sehr. Also, wenn man, äh, man kann wohl, wenn man einen Doppelnamen hat, kann man die, kann man die, ähm... Kann man die Namen zusammensetzen und nicht nur so mit Bindestrich. Ich weiß nicht, ob das das war. Man kann, man kann wohl... Das bietet, das, das, das führt zu sehr interessanten Kombis wahrscheinlich. Haben irgendwie zusammensteckt. Also, soweit ich weiß, ich hab, ich, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie es jetzt in Einzelfällen ist. Natürlich ist Geld auch wichtiger, wahrscheinlich in dem Punkt. Aber im Allgemeinen ist es oftmals schwerer, für junge Männer eine Wohnung zu finden, wenn die alleinstehend sind vor allem, als für junge Frauen. Oder wenn du, wenn du, wenn du, ähm... Wenn du vielleicht jetzt zu zweit oder so eine Wohnung nimmst, als, wenn du jetzt zwei Männer sich eine Wohnung zusammennehmen, ist es manchmal leichter zu behaupten, dass man ein schwules Pärchen wäre, als das einzeln zu machen. Weil denen dann, rein von den Vorurteilen her, weniger, weniger Zerstörung oder was, der Wohnung, äh, prinzipiell mal vorgeworfen wird. Und es gab da so ein paar Experimente, die ich gesehen hatte oder ein paar, ja. Warte, findet man das? Ein modernes Namensrecht. Ist das das hier? Dass man irgendwie Namen zusammensetzen kann. Oh je. Dass man so, so, wenn man, hier, wenn man jetzt hier irgendwie Buschmann heißt und man heiratet irgendwie Schröder oder so, dass man dann Schröschmann sein kann. Oder irgendwie sowas. Das ist so von einem, die so eine Anfangssilber und von einem anderen eine zweite Silber nimmt. Voll geil. War das, war das hier dabei? Ähm. Ne, wo ist denn das? Irgendwo hatte ich das gelesen, dass das ging und ich fand's voll geil. Ich weiß nicht, ob das der Artikel war. Boah, das, das bietet ja so viele Möglichkeiten für lustige Nachnamen. Ich will meinen Nachnamen nicht leaken, aber was wäre das für ein cooler Nachname, aber den ich da hätte prinzipiell, den man da prinzipiell hätte bekommen können. Geht das auch für Kinder? Also so? Von den Eltern, die nahm einziehen? Boah. Boah, das, das, das war geil. War eigentlich jetzt witz gemeint. Ich find's voll witzig. Ich find's richtig gut. Ist das? Ja, hier. Danke sehr. Danke sehr an den Norden. Kreative Paare mixen jetzt mit ihren Namen 2021. Dass man einfach beide Namen miteinander mixen kann. In Großbritannien gab's das schon. Und das kannst du einfach, kannst du einfach die Namen zusammenstecken. Ich weiß nicht, ob man alle Namen zusammenstecken darf und man dann irgendwelche, ähm, irgendwelche Namen zusammenstecken kann, sowas, was, was irgendwie illegal wäre, ob man Namen zusammenstecken kann, dass man plötzlich Stalin oder Hitler heißt oder so. Boah, warte mal. Hitler ist tatsächlich schwierig. Stalin würde ja noch irgendwie funktionieren, wahrscheinlich. Aber, naja. Ich weiß kein schöneres Gebet als das. Womit die altindischen Schauspiele schließen, mögen alle lebenden Wesen von Schmerzen frei bleiben. Danke sehr, Arthur Schopenhauer, für dieses schöne Gedicht. Aber wär schon geil. Bei Nachnamen mit Fick, wär geil, ne? Wenn du so Fickmeister heißt oder so, das wär ein geiler Nachname. Immer noch kein Sinn ergibt, denn es könnte ja auch Personen geben. Dann brauchst du aber irgendeinen Österreicher, der sowas, da ist ja meistens irgendwie so ein Huber oder sowas angehangen. Die beispielsweise von der Hälfte der Gesellschaft. Ja, Karl, was ist der denn? Ja, mach mal ethnische Zuordnung. Karl, guck dir mal an. Ist ein POC wahrscheinlich, ne? Siehst du direkt. Da solltest du so ein Quiz machen. Du zeigst ihm so Fotos und Karl sagt, wo die herkommen. Aber ja, es gibt da etliche Beispiele. Nee, Karl hat gesagt, er ist nicht POC genug, um das N-Wort sagen zu dürfen. Arzt wahrgenommen werden und deswegen diskriminiert werden und von der anderen Hälfte der Gesellschaft als weiß wahrgenommen werden. Ja, warte, ich will da dazu was raussuchen. Was ist das? Welcher Track war das? Ist das, äh, ist der hier, ne? Warte, ich will gucken, ob hier die, die, die Lyrics dabei sind. Äh, warte. Zack. Hier. Was kommt jetzt? Ähm. Keine Ahnung. Es gibt hier einen Track, Sammy Deluxe hat den gemacht, schwarz-weiß. Das ist ja eher so meine Zeit, der Zugos-Zeit. Das ist ja von, von wann war das? Weiß ich nicht, 2005 oder so? Da war ich noch nicht geboren. Na, sie kommen. Keine Ahnung. Ja, hier ist schwarz-weiß und dann hat er, nee, ich bin eine Mischung, bla bla, nenn mich nicht Mischling und so weiter, aber jedenfalls, den Mann kennt man vielleicht. Den habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Ja. So. Weil Sammy Deluxe halt schwarze und weiße Vorfahren hat und deswegen so, ne? Ja. Guckt euch den an. Hier, die meisten wahrscheinlich, schon mal gesehen, Karl würde sagen, eindeutig ein Schwarzer, aber wenn dann so mancher Schwarzer ihn sieht, würde er vielleicht sagen, nee, der ist, für uns ist der zu weiß. Ja. Der ist vielleicht ein Beispiel, was man hier... Teilweise kannst du auch deswegen von Schwarzen diskriminiert werden. Ist so. Zulande kennt. 2011 war das. Okay. Ja gut, ist jedenfalls schon ein bisschen her. Aber 2011, da war ja Hugo noch, da war der ja noch, noch ein Baby, da hat der ja noch einen Strampelanzug getragen. Da habe ich noch Sand im Sandkasten gegessen. Und demnach nicht diskriminiert werden. Also sind diese Leute dann noch marginalisiert beziehungsweise diskriminiert genug, um das N-Wort manchmal verwenden zu dürfen, laut Karl oder eben nicht. Also ist immer noch eine ungeklärte Frage, wie ich finde. Allerdings war ich bei manchen Sachen auch positiv überrascht. Beispielsweise habe ich angesprochen, Beispielsweise wurde ich gar nicht angeschrien. Ich der Meinung bin, dass... Doch, gegen Ende. Zwar nicht von Karl, das hat mir noch ein bisschen gefehlt, aber von den anderen wurde ich angeschrien. Gendern in den Öffentlich-Rechtlichen nichts bringt und höchstens dazu führt, dass Rechte die Öffentlich-Rechtlichen nur noch weiter ablehnen und davon ausgehen, dass man die überhaupt nicht mehr ernst nehmen kann, weil die ja gendern. Und ich das für gefährlich halte, weil das eben zu einer Gegenbewegung führt. Karl sagt daraufhin das hier. Ich erklär dir warum. Ich glaube, dass das dazu führt... Ich erklär dir warum. Okay. Das sind Leute... Muss sein, ich wollte dich doch belehren. Muss das jetzt sein, darf ich dich nicht einfach nur belehren. Rechts stehen, wie beispielsweise AfD-Weder, komplett das Vertrauen in die Öffentlich-Rechtlichen verlieren, weil die sagen, ja guck mal, die gendern sogar Super-Vokies. Dem brauchen wir gar nichts mehr glauben. Finde ich einen guten Punkt. Finde ich einen guten Punkt tatsächlich. Ich finde, ich finde, wir aufgrund der aufgrund der unglaublichen Reaktanz der Konservativen und Rechten, die sich bis weit in die bürgerliche Mitte gezogen hat... AfD-Weder war, weil du ein dummes Beispiel, ich hätte einfach nur von rechts bis mittigstehenden sprechen sollen, weil AfD-Weder meistens eh schon das Vertrauen in die Öffentlich-Rechtlichen verloren. Das war vielleicht ein bisschen zu extrem ausgedrückt. Also sollten wir, was das Gendern angeht, einen Gang zurückschalten? Und das hätte ich wirklich nicht von ihm erwartet. Wir haben da noch über ganz, ganz viele andere Themen gesprochen. Ich auch nicht. Und irgendwann sind wir bei dem Thema gelandet, dass ich sage, dass ich in meinem Freundeskreis beziehungsweise in meinem Umfeld nur männliche und weibliche Pronomen verwenden möchte. Und dazu hat Karl dann das hier gesagt. Das ist es aber geworden. Ich glaube, es wäre einfach schade für dich, wenn du grundsätzlich alle Menschen mit nicht-heteronormativen Pronomen... Also ich hatte die Situation jetzt noch nicht. Ja, also warum machst du denn Gedanken darüber? Warte, 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 warte. Wo genau sind denn Pronomen heteronormativ? Danke sehr an die Kirche. Was hat das damit zu tun, mit wem ich rummache, oder? Danke sehr an die Kirche für dieses kleine Gedicht. Weißt du, was heteronormativität bedeutet? Was? Heteronormativität, mein... Ich mache einfach den Sinans Woche hier mit seiner Chat-GPT-Stimme da. Abends. Okay, Alfred, was heißt denn heteronormativität? Ja, und was hat dann Pronomen jetzt mit Sex zu tun? Sagt, die Annahme, dass alle automatisch heterosexuell sind, es aber andere Orientierungen nicht gibt, oder... Ja, das hat mit Pronomen gar nichts zu tun. Ach was. Hä? Das ist wirklich auswendig gelernt, aber nicht verstanden, oder? ...die als abweichend betrachtet werden. Verständlich? Und das hat nun wirklich nichts damit zu tun, dass ich sagt, dass... Wer ist die Frau da? Mit wem redet der Typ? Mit wem redet der Typ? B-Lucky ist am Start. B-Lucky, schön, dass du reinschaust. Was geht, was geht? Ich nur männliche und weibliche Pronomen verwenden möchte. Man könnte vielleicht argumentieren, dass das auf ein binäres Weltbild zurückzuführen ist, also dass ich... Und ein binäres Weltbild ist nach der aktuellen neuen Definition davon nur Teil eines heteronormativen Weltbilds, also nicht die einzige Bedingung, die du brauchst. Klappa-Klappa-Hey, im Bot-System behaupten würde, dass es nur Männer und Frauen gibt. Ja, aber auch mit Männern und Frauen kann... Das hat, glaube ich, Karl auch noch nicht verstanden. Du kannst auch mit Männern und Frauen auch, ähm, ja, Homo-Beziehungen führen. Das geht auch tatsächlich mit zwei Geschlechtern. Genauso wie du trotz zwei Geschlechtern auch Transmenschen haben kannst. Kannst du trotzdem homosexuell sein? Das hat nichts mit Hedo zu tun. Aber es gibt eine neue Definition anscheinend. Ich finde, es ist eh dumm, das neu zu definieren, aber egal, selbst danach habe ich recht. Dass es zwei Geschlechter gibt, da hat Homo- und Bisexualität ziemlich gut funktioniert. Aber ich glaube, dass Karl selber aufgefallen ist. Google Heteronormativität und lies den ersten Satz. Na gut, wenn das der Chat will, dann machen wir das natürlich. Ich kopiere das sogar, damit ich das... Ich glaube, Imp kann im Gegensatz zu Karl lesen. Karl hat ja auch lesen können, nur nicht verstehen können. Also er hat... Entweder konnte er es nicht lesen, sondern hat es nur... Nee, ich glaube, er hat es nicht gelesen, er hat es nur vorgelesen. Die Leute feiern es, wenn jemand komplett dumme aussagt. Und danke für den Follower. Wer ist die Frau da? Mit wem redet der Typ? Dreckfresse ist am Start. Dreckfresse? Schöner Name auch. Nicht aus Versehen anders schreibe als du. Heteronormativität ist eine Weltanschauung, die die Heterosexualität, Monogamie und Cis-Geschlechtlichkeit als soziale Norm postuliert. Ja. Das habe ich auch gemacht. Hä, hallo? Selbst, äh... Selbst das? Selbst das funktioniert ja mit Hogos Aussage. Okay, also Cis-Geschlechtlichkeit ist ja... Ne, das ist jetzt der neue Satz, der dazugekommen ist. Aber man braucht ja immer noch beides. Reine Cis-Geschlechtlichkeit ist noch keine Heteronormativität. Genauso wie du kein... Ja, ja, gerade eben blieb hier diese Stream-Elements-Alert hier stehen im Bild. Ähm... Also... Ich meine, du brauchst ja wenn da in der Definition steht du brauchst das hier und das hier um Heteronormativität auszudrücken oder zu sein oder ein Weltbild zu haben dann brauchst du ja das und das. Wenn du dann was sagst was zwar das eine ist aber nicht das andere dann ist das auch nicht heteronormativ. Das ist eigentlich nicht so schwer. Wenn da nämlich stehen würde oder... oder... ähm... alternativ die Cis-Geschlechtlichkeit. Okay, to be fair dann hätte er recht aber da steht ja und. Aber war das war das schon länger so oder ist das eine von diesen Definitionen die ja geändert wurde kürzlich? Ist, dass er sich hier vertan hat denn als ich ihn darauf angesprochen habe dass er hier eben was gesagt hat was eigentlich gar keinen Sinn ergibt kam diese Reaktion hier. Weißt du was Heteronormativität bedeutet? Karl sagt jetzt Cis-Geschlechtlichkeit ne und naja gut dann werden die Nein, sagt er nicht Erklär es mir in dem Kontext Er, sie Heteronormativ Was? Aber nur wenn er und sie rummachen sonst nicht also nur wenn du ein er und eine sie hast die existieren beide dann ist das nicht heteronormativ Karl Nein das ist nicht heteronormativ Warte mal warum ist er, sie heteronormativ? Ja das Dumme ist dann halt dass dieses dass man hat wieder mal ein Wort was eigentlich eine Bedeutung hatte so so erweitert Ich glaube Karl hat die Definition erst im Nachhinein gesehen dass die geändert wurde und man das dann auch so über Dreiecken so halbwegs so verargumentieren könnte Das ist was anderes bedeutet und dann sind alle verwirrt und dann wundert man sich dass die Leute das nicht verstehen Also manche Leute benutzen Heteronormativität so dass sie dass man denkt alle sind heterosexuell und manche benutzen hetero Aber eigentlich müsste Heteronormativität doch nur bedeuten dass du behauptest also selbst das ist doch eigentlich schon zu weit gegriffen Eigentlich müsste Heteronormativität doch nur bedeuten dass du meinst dass mehr als die Hälfte der Gesellschaft hetero ist, oder? Also dass der durchschnittliche Mensch hetero ist Eigentlich wäre das das was am logischsten wäre als heteronormativ zu bezeichnen, oder? Heteronormativ so dass man denkt alle sind cis Was Böhmermann schon wieder angestellt hat Du kommst ein bisschen spät Eben auch also nicht nur und Er hat im Schnee gestanden und hat gegen einen Strohmann gekämpft Das ist das Heteronormativ Ist ja auch scheißegal, Alter Das wäre doch einfach nur binär das hat doch nichts mit heteronormativ zu tun Sorry, aber heteronormativ bedeutet doch einfach nur dass eine Beziehung zwischen Mann und Frau normal ist oder normal gesehen wird und alle anderen Beziehungsformen oder Formen halt nicht, oder? Das hat doch... Ja, aber ey, dann wenn es das nicht heißt dann habt ihr wieder mal ein bisschen ungünstiges Wort gewählt, oder? Oder? Alle Leute kennen das Wort hetero Die meisten Leute kennen das Wort Normativität Ja, warum macht man da nicht ein neues Wort? So, dann setzt du das zusammen und jeder kann sich daraus was erschließen und dann sitzt Karl da und sagt Nee, heißt aber was anderes Ja, aber dann ist das ja euer Nein, das sagt Karl ja nicht Karl sagt ja Ist ja auch scheißegal, Alter Wenn ihr wieder so Wörter nehmt, die keinen Sinn ergeben wenn die Leute euch dann nicht verstehen Das ist wieder mal ein Problem von dieser akademisierten Linken die versucht dem einfachen Bürger was zu erklären und dann eine Sprache benutzen die sie teilweise selbst nicht kapieren und dann wundert man sich dass die Leute das missverstehen Also Karl scheint ja einfach was anderes gemeint zu haben Nein, scheint er nicht Er erklärt es ja nicht und vor allem sagt er ja auch nicht es steht da ja auch nicht oder sondern da steht und also einer, der heteronormativ denkt würde auch nur männliche und weibliche Pronomen verwenden aber nicht jeder, der nur männliche oder weibliche Pronomen verwendet ist deswegen heteronormativ das schließt sich nicht aus und außerdem ist es ja auch nicht so dass, wenn ich sage in meiner Sprache verwende ich nur männliche und weibliche Pronomen damit sage ich gar nicht zwangsläufig aus dass ich nur glaube, dass es Männer und Frauen gibt Gesellschaftlich glaube ich das auch nicht Also Gender ist viel komplexer Ich sage nur, dass das das einzige ist was in meinem Sprachgebrauch funktioniert Das heißt ja nicht, dass mein Sprachgebrauch alles inkludiert, was es gibt Ich schließe ja nicht alles komplett Ich sage auch nicht in einem Non-Binary dass er nicht existiert nur weil ich ihn mit männlichen oder weiblichen Pronomen ansprechen möchte Damit schließe ich nicht aus, dass er Non-Binary ist Nur weil ich ihn bitte, mir eins der beiden Pronomen zu erlauben Wenn man das Wort zum ersten Mal lesen Wenn man das Wort zum ersten Mal liest Dann denkt man doch das, was Hugo gedacht hat Und in manchen Definitionen steht es ja sicher auch so Ja, steht auch in manchen Definitionen so Und in manchen Definitionen steht dann wieder die Cis-Geschlechtlichkeit drin Aber selbst dann habe ich recht Dann hat man ein dummes Wort gewählt Dann nenn es Cis-Normativität oder sowas Dann verstehen die Leute auch, was gemeint ist Oder nenn es Cis-Heteronormativität oder irgendwie sowas Gut, dann werden die Wörter immer länger Aber dann versteht man immerhin, was gemeint war Doch nichts mit Finär zu tun, oder? Das ist heteronormativ? Es spielt auch absolut keine Rolle. Ich weiß, ist ja auch egal. Darum geht es ja auch gar nicht. Eigentlich, was ich nur sagen wollte, ist... Tut mir wirklich leid, dass ich diesen Clip hier reinschneiden musste, obwohl zugeben, es tut mir gar nicht leid. Aber Karl wollte mich dann auch noch davon überzeugen, dass ich sogenannte Neopronomen, also alles, was nicht er und sie ist, akzeptieren sollte, beziehungsweise muss. Es ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob du das akzeptierst oder verwendest. Ja, deswegen habe ich verwendet, extra nochmal eingeblendet. Akzeptieren muss ich es, aber nicht verwenden halt. Ich muss auch beispielsweise einen AfD-Wähler, den muss ich auch akzeptieren. Ich kann ja nichts wirklich dagegen machen. Also ich kann natürlich mich dagegen aussprechen, was ich auch tue. Ich könnte jetzt auf eine Demonstration gehen, aber das heißt immer noch nicht, dass ich ihn nicht akzeptiere. Ich muss ihn nicht stille akzeptieren, aber akzeptieren, das kann ich eigentlich recht wenig dagegen machen. Ich könnte ihn zusammenschlagen, aber das hilft jetzt auch nicht wirklich. Nur, ich muss es nicht respektieren oder es selber machen. erst kennenlernst und dann benutzt, wenn es dir einer sagt, aber man erwartet ja quasi, dass das komplette Land, alle, die es gibt, sich mit dem Thema auseinandersetzen, up-to-date bleiben und das verinnerlichen für den Fall, dass ihnen jemand begegnen sollte, dem das wichtig ist. Ja. Aber du vergisst ja dann komplett, dass es halt super viele Leute sind, dass die auch alle begrenzte Zeit haben, dass die viele Termine haben und jetzt zu sagen, das ganze Land muss irgendwie Neopronomen lernen und muss die akzeptieren und muss dies lernen und das lernen und dieses Konzept und jenes Konzept. Du musst ja auch bedenken, die Leute müssen ja auch irgendwie Zeit dafür haben und Bock und sowas. Das ist ja nicht nur, dass die alle böse sind. Also die haben ja vielleicht auch einfach andere Sorgen. Na, ich bin schon nur böse. Ich spreche auch Existenzen ab. Also ich sage dir, du, du, Non-Binary, du existierst jetzt nicht mehr. Jetzt, weil ich das auch sage, bist du jetzt weg. Pech gehabt. Weg. Ihr im Leben. Und Leute, die eh schon vielleicht sich schlecht fühlen, weil ihre Sorgen nicht ernst genug genommen werden. Wenn du denen dann noch sagst, ja, aber kümmere dich doch mal um die anderen Leute, dann verprellt man die damit. Hey, imp zum Punkt. Auswendig gelernt und nicht verstanden kenne ich auch ein paar Kandidaten. Wahrscheinlich hat Karl diese Diskussion aus irgendeinem englischen Reddit gelesen und blind übernommen, weil einer seiner Mods für den Artikel gebürgt hat. Kann gut sein, ja. Okay, aber kann man denn Heteronormativität? Genau, stell dir vor, ich sage einfach, Dekadent, du behauptest ja, du bist männlich. Du bist eine Frau. Puff, weg ist er. Weg ist er. Ich habe ihm sein Geschlecht abgesprochen. Ich habe ihm seine Existenz genommen. Er ist weg. Definition. Vielleicht kann man ja verschiedene Definitionen sehen. Was ist denn, wenn man jetzt mal bei Wikipedia guckt? So. Ist eine Weltanschauung, die die Heterosexualität, Monogamie und Cisgeschlechtlichkeit... Und. 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 Ja, da steht immer noch und und nicht oder. Da steht und. Da steht ganz klar und. Soziale Norm postuliert. Das sagt Wikipedia. Okay, alle anderen menschlichen Sexualitäten und Geschlechtsidentitäten werden unterrepräsentiert, verschwiegen bis hin zu pathologisiert. Okay, kann man in der Versionssysteme lesen? Pathologisiert habe ich auch nicht. Geht das hier irgendwo? Ich benutze Wikipedia so selten. Hier. Ist jetzt da. Ich dachte, das wäre unten. Danke, Serolo. Wann wurde die... Cis. Okay, das findet man leider nicht, wenn man so sucht. Was ist denn jetzt, wenn wir uns hier so eine alte Version mal angucken? Wenn wir jetzt hier die... Wir gucken jetzt einfach mal die Version. Guck mal hier. Ah, hier steht aber auch schon zugrunde... Hier steht noch nicht Cis drin, aber hier steht binäre Geschlechterordnung. Das ist jetzt 2018. Ja, aber das ist ja immer noch und. Zugrunde liegt. Ja, aber... Wie erklärt man das jetzt nochmal? Wenn ich sage, es gibt einen Autounfall... Dann liegt ja auch zugrunde, dass es Autos gibt. Aber von der Aussage, es gibt Autos, sage ich ja immer noch nicht, dass es einen Autounfall gibt. Nur weil jemand, der sagt, dass es einen Autounfall gibt, auch dass es Autos gibt. Das ist so ein schlechtes Beispiel gerade. Aber ihr versteht, was ich meine. Nur weil das zugrunde liegt, heißt es ja nicht, dass ich den Extrastep da noch gehe. Also, selbst wenn ich hierbei noch bei wäre... Also, ne, selbst wenn ich hierbei bei wäre, dass das zugrunde liegt. Das, was zugrunde liegt, selbst wenn ich das genauso sehen würde, was ich jetzt nicht tue, zwangsläufig wegen Geschlechtsidentität. Heißt das ja nicht, dass ich daraus diesen Schluss ziehe. Das ist ja komplett dumm. Ich gehe ja nicht den Extraschritt. Nur weil ich die gleichen Grundinfos habe, heißt das ja nicht, dass ich den nächsten Step mitgehe. Ist der einfach nicht up-to-date? Oder wenn man jetzt hier mal noch älter zurückgeht, kann man sich hier mal gucken. Wir gucken einfach eine Version von 2012 mal an. Hier. Ach guck mal, hier wird auch schon von einem zweigeschlechtlichen System geredet. Also, bei Wikipedia ist das anscheinend schon lange so. Was ist, wenn man bei der Uni Köln guckt? Heteronormativität. Es ist ja auch komplett egal. Wie gesagt, ich kann ja einen Fakt akzeptieren. Das heißt nicht, dass der Fakt, der einen Schritt weiter ist, auch das ist, was ich denke. Oder nur bei etwas, was ich sage. Ich sage ja nicht mal den Fakt mit den zwei Geschlechtern. Darum geht es ja gar nicht. Es geht gerade darum, dass wenn du eher sie sagst, dann könntest du damit meinen, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Und jemand, der heteronormativ denkt, der denkt auch, dass es nur zwei Geschlechter denkt. Und daher ist die Aussage mit den zwei Pronomen heteronormativ. Weil der das ja mit den zwei Geschlechtern auch denkt. Und du das auch meinen könntest. Das ist ein Ordnungsprinzip, das Geschlecht und Sexualität normiert. Schreibt Heteronormativität als ein binäres Geschlechtersystem, das ausschließlich zwei Geschlechter akzeptiert. Okay. Queer Lexikon. Was sagen die? Nee, da würde ich gar nicht. Ist eine Norm in unserer Gesellschaft. Es wird davon ausgegangen, dass alle Menschen endogeschlechtlich, cisgeschlechtlich, heterosexuell... Ja, aber davon, und, das ist immer ein und, das ist kein oder, sonst wäre da ein Slash dazwischen. ...sexuell und alloromantisch sind. Ist auch schon mal geil, sind dann auch wieder Wörter, damit können wahrscheinlich viele Leute nichts anfangen, oder? Aber besser Worte nehmen, die du nichts anfangen kannst, als Worte nehmen, die jeder kennt und die dann umformiert werden. Allosexuelle Personen verschwören grundsätzlich sexuelle Anziehung gegenüber anderen Menschen. Boah, das ist aber krass. Die sind nicht asexuell. Okay. Oder aromantisch. Wie jetzt hier. A-lo-mantisch. Die Leute wissen zumindest schon mal nicht, was das ist, ne? Ähm. Okay. Heteronormativ einfach erklärt. Fokus.de. Mal gucken. Also ich weiß jetzt nicht, wo Hugo das her hat, aber hier steht anscheinend auch überall CIS mit drin. Dann scheint das gemeint zu sein. Wer ist die Frau da? Mit wem redet der Typ? Mit wem redet der Typ? A.R.D. Jochen ist am Start. Jochen, danke für dein am Start sein und moin. Ich finde, es ist halt ein ungünstig gewähltes Wort dafür, wenn man nicht das meint, wonach es klingt. Ich habe ChatGPT nach einer kurzen Zusammenfassung gefragt. Das kann ich auch wieder machen. So, lass einfach mal testen, was ChatGPT dir sagt. Ich glaube, es ist im Englischen tatsächlich, ich glaube, dass es aus dem Englischen übersetzt ist. Ich glaube, das ist der Grund dafür. Aber ich habe selber noch andere Recherche. Also, das war jetzt nicht meine einzige Recherche dafür. Ich weiß, dass ich es im Video vereinfacht dargestellt habe, aber ich habe auch selber davor nochmal anders recherchiert und gewusst, dass ich trotzdem recht habe, selbst wenn jemand diese andere Definition raussucht. Was bedeutet hetero-normativ? Hetero-normativ bedeutet, dass gesellschaftliche Normen und Erwartungen von Beziehungen und Geschlechtern hauptsächlich auf der Annahme einer Hälfte basieren. Es geht darum, dass die Gesellschaft oft davon ausgeht, dass Heterosexualität die Norm ist. Verstehst du das oder möchtest du weitere Informationen? Also, hier war jetzt eben, hier war jetzt eben drin, dass, hier war jetzt eben, lass mal kurz schauen, bestimmte Erwartungen an Beziehungen und Geschlechter. Ja, gut, und Menschen heterosexuell sind, aber dieses und macht es ja kaputt. Das und drücke ich ja in keiner Form aus. Also, es ist halt nur was ganz, also, du verstehst. Aber, also, das ist in der Kommunikation schwierig, wenn du, wenn du einen gesellschaftlichen Wandel möchtest, wenn man... Halt echt, das ist wie dekaltend, verstehst du das, bist du interessiert, dann erkläre ich es dir, sonst kecken wir jetzt rum. Möchte das, ne, alle Leute auf die eigene Seite kommen und Heteronormativität ablehnen beispielsweise, dann ist das schwierig, wenn Heteronormativität an sich einen missverständlichen Namen hat. Weil alle Leute erstmal eine andere Assoziation haben, als du eigentlich gemeint hast. Und dann ist es halt schwieriger, denen irgendwie zu sagen, was es ist. Haben wir mal jemanden, der, der... Ähm, Pronomen jetzt wieder. ...andere Pronomen verwendet und kurz in Discord kommen möchte? Kommt mal bitte einer kurz mit anderen Pronomen in Discord. Wir machen... Was? Kommt mal einer hier rein. Alle, die, alle, die andere Pronomen verwenden... Was wäre eigentlich, wenn ich dann versucht hätte, da reinzukommen und gesagt hätte, ich möchte gerne Enz. Ich will hier bitte rein, der wäre komplett sauer geworden. Kommt mal bitte in den Change My Mind Channel. Und ab diesem Punkt wurde das Gespräch leider echt ein bisschen anstrengend, da immer alle durcheinander geredet haben, mir mehrere Sachen gleichzeitig vorgeworfen haben. Karl hatte echt so, oh nein, oh nein, Hilfe, ich brauche Unterstützung. Leute, 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 schnell, kommt, kommt zu mir. Und ich kaum Zeit hatte, auf die einzelnen Sachen zu antworten. Aber war das denn überhaupt so notwendig? Eigentlich war alles, was ich sagen wollte, auch wenn das im Gespräch zugegebenermaßen nicht so gut rüberkam, dass ich es sehr begrüßen würde, wenn eine Person, mit der ich viel sprechen soll, also mit der ich zum Beispiel Freunde zeigen möchte... Äh, Enz. Puh, ich... Knapp am Canceln vorbeigegangen. Mir erzählt, welche Pronomen sie bevorzugt. Hugo, du musst Pronomen nicht benutzen, wenn du mit jemandem sprichst. Du musst Pronomen benutzen, wenn du über jemanden sprichst. Für sie benutzen. Mit ansprechen meine ich auch nicht von Auge zu Auge ansprechen. Das hätte ich im Gespräch klar machen sollen. Sondern ich meine damit eine Person ansprechen. Wenn ich sage, er hat das gesagt, dann spreche ich nicht ihn damit an, sondern dann spreche ich die Person imp damit an. Das ist eine Ansprache, damit... Das hat nichts mit einer Ansprache zu tun, sondern mit dem Ansprechen einer bestimmten Person. Wenn ein Freund von dir andere Pronomen hat und du redest über den, während der nicht da ist, dann spreche ich ihn doch auch an. Wenn ich ein Thema anspreche, dann spreche ich nicht das Thema an. Ja, 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 aber wenn ich über den rede, wenn ich sage, ey, mit Ens, Typ da, war ich ein Eis essen, dann spreche ich ihn nicht ins Gesicht an, aber ich spreche ihn ja als Person an, wie ich ein Thema auch anspreche. Oder vielleicht redest du über ihn, während er dabei ist, aber du musst Pronomen nie zu irgendjemandem sagen. Die sagt man immer nur über andere. Also du ist kein Pronomen. Und zwar männlich oder weiblich. Denn ich weiß jetzt schon, dass ich alles andere nicht wirklich hinbekommen werde und es einfach super anstrengend zum Sprechen ist. Kann man, kommt drauf an, wie kompliziert die sind. Und es wird halt schwierig, wenn jeder ein eigenes hat. Wenn du dir selber welche ausdenkst. Und dann Leute, die benutzen, wo du dir schon den Namen kaum merken kannst, aber die bestehen darauf, dass du dir noch was merkst. Also du musst dir quasi noch einen zusätzlichen Namen für alle merken. Aber die meisten Menschen machen das ja nicht. Also du hast halt... Ja, und wie gesagt, das ging ja auch gar nicht, aber ich habe gesagt, die meisten, die sowas machen, haben ein bestimmtes Weltbild. Und dann meinte Karl direkt, die ticken anders. Ja, ich meinte mir, ticken anders nicht, die sind dumm oder krank oder so. Ich meinte damit schon, dass ich meistens so eine Einstellung, so eine politische Einstellung habe, die ich nicht teile. Du hast halt eher sie und dann hast du vielleicht they, them und dann hast du xiem, xia oder sowas. Und dann war es das ja auch schon fast. Manche Leute nehmen noch Hennen, glaube ich. Aber so viele sind es auch gar nicht. Man kann das schon, aber es ist natürlich... Mit Namen ansprechen wäre vielleicht auch noch so eine Sache. Also ob ich eine Person sagen würde, die sagt mir, ey, du darfst keine männlichen und weiblichen Pronomen nennen, wenn du jetzt mich ansprichst, nicht im Sinne von ansprechen, sondern im Sinne von ansprechen, wie ein Thema ansprechen. Wenn die mir sagen würde, nimm doch einfach gar keinen und immer nur meinen Namen. Aber ich würde prinzipiell dann immer Fehler machen. Also ich würde mich dann, ich würde dann die ganze Zeit, wenn er halt aus... Sorry, sorry, sorry an alle, die das jetzt aufregt, wenn er oder sie dann halt aussieht wie ein Mann oder eine Frau, ich würde ständig versehentlich er oder sie sagen. Ich würde nicht jedes Mal den Namen wiederholen. Das weiß ich ganz genau, dass das passieren wird. Insofern brauche ich mir eigentlich nichts vormachen. Es wird schwieriger, je mehr es werden. Und es ist ja schwierig, weil beispielsweise Migranten, die eh schon Probleme damit haben. Also es gibt ja Migranten, die kriegen so schon die Pronomen teilweise nicht hin, weil die deutsche Sprache relativ komplex ist. Und wenn du dann sagst, wir machen diese komplexe Sprache noch viel komplexer... Mein Schrägstrich-Name. Sag immer du oder der da. Nee, nicht der da. Der da geht nicht, das ist männlich. Zu einer Frau sagst du die da und nicht der da. Das geht nicht, sorry. Machen hier einfach noch 20 Pronomen mit dazu. Guck mal, hier denkt jetzt gerade jemand, das wäre neutral. Ist es nicht. Das ist bei so vielen. Im Wordflow schaffst du das nicht. Dementsprechend macht dir nichts vor. Mach dir nichts vor. Also ich persönlich sag einfach, ist so, akzeptiere es oder... Nee, respektiere es oder lass es, aber akzeptieren musst du es. Du, dann ist es halt noch verwirrender für alle, die keine Muttersprachler sind. Ist das auch wirklich selten ein Problem, da die allermeisten Menschen sich mit einem der beiden Pronomen wohlfühlen und dementsprechend gibt es da selten Komplikationen, wie es auch bestätigt wird durch die Leute, die hier in den Voice reingekommen sind. Ja, also ich wüsste jetzt schon an sich nicht, wie ich dich dann ansprechen soll. Ansprechen nicht im Sinne von ansprechen, im Sinne von ansprechen, wie ich über dich sprechen soll, klingt halt doof. Wenn ich Karl sage, das was mhm gesagt hat, dann spreche ich ihn ja als Person an. An mit Pronomen. Du kannst mich ehrlich gesagt mit jedem Pronomen ansprechen. Ich hab damit auch gar kein Problem. Und mit solchen Leuten gibt es doch gar kein Problem. Ihn hätte ich jetzt instinktiv mit einem männlichen Pronomen angesprochen und das ist doch dann absolut okay, ihm ist es egal und ich kann ganz bequem sprechen. Karl ist auch selber... Ich hab ihn jetzt männlich gegendert, weil er sagt, das ist ihm egal. In den Kommentaren meinte dann, nein, so hab ich das nicht gemeint. Ich will mit einem neutralen Pronomen angesprochen werden. Du hast mir vorher was anders gesagt. Das konnte ich jetzt auch nicht wissen, dass du deine Meinung in den zwei Tagen geändert hast. Aufgefallen, dass das dafür nicht das richtige Beispiel ist und hat dann nochmal jemand anderen reingeholt, der... Irgendwann waren es über zehn Leute. Boah, das ist ja fürchterlich. Ne, herkömmlichen Pronomen. Aber alle auf seiner Seite auch, weil Karl gemerkt hat, oh nein, ich komme hier nicht weiter. Alter, diese Talks, wenn das zu viele Leute werden, dann kannst du echt nicht mehr reden. Wie wir in diesem Clip sehen, funktioniert das Ganze wirklich auch super gut. Wie möchtest du angesprochen werden? Ne, angesprochen, wahrscheinlich auch im Sinne von angesprochen. Beim Namen, Fayan. Okay, okay, Hugo, wie tickt ihr denn anders jetzt? Ich wüsste... Er. Ja, lol, du hast gerade selber er gesagt. Seid gerade in dem Voice mit jemandem, dem ihr erklären wollt, warum Neopronomen super wichtig sind und schafft es, nach allem, was ich gehört habe, nicht einmal solch ein Neopronomen zu verwenden. Also, natürlich kann man sagen, dass Probieren besser ist als Nicht-Probieren. Und vielleicht ist meine Einstellung da auch ein bisschen zu faul. Aber trotzdem zeigt es, dass es anscheinend doch nicht so einfach ist und so gut funktioniert. Gegen Ende hat er auch nochmal versucht, einen positiven Abschluss des Gesprächs zu finden. Du bist echt stabil für 16. Du beschäftigst dich mit Themen... Du hast mich gerade ganz schön besiegt. Ich würde es jetzt nicht gerne zugeben. ...die der Zeit wahrscheinlich auch angemessen sehr viel komplizierter sind als die Themen, mit denen ich mich in deinem Alter beschäftigen musste. Und das ist alles überfordern. Das kann ich echt verstehen. Aber du bist... Es ist jetzt alles noch schwieriger. Du hast wahrscheinlich als 16-Jähriger eh schon mit der Gesellschaft und deinem Körper und der Schule und allem so viele Dinge in deinem Kopf, mit denen du dich beschäftigst. Aber ich finde es sehr... Lass mich mal machen. ...möglich, dass du dich jetzt noch mehr... Halt doch einfach dein Maul und lass uns machen. ...probleme rumschlagen musst. Dankeschön, dass wir dir Probleme vorbeibringen dürfen. Du bist in Teilen echt auf dem Irrweg unterwegs und versuchst eine falsche Herangehensweise. Du bist in Teilen auf dem Irland unterwegs. Orientier dich an dem, was wichtig ist. Hab da verstanden, das war ein Wortwitz. Was für ein Joke. Und nicht an irgendwelchen extremen Beispielen, die du mal auf TikTok gesehen hast. Mir ist klar, dass er mich damit auf seine Seite ziehen wollte. Aber an sich kann man ihm das auch nicht wirklich übel nehmen. Weil nach seinem Weltbild ist ja das, was er sagt, richtig. Und dann ist es ja auch okay, andere Leute davon überzeugen zu wollen beziehungsweise sie zu sich holen zu wollen. Was mir nicht gefallen hat, ist, dass man andauernd davon ausgeht, dass ich einfach schlecht informiert bin, noch zu jung bin. Ja, halt auch, das ist generell in der Bubble, ne? Das war bei Kürtel schon so. Immer dieses Belehrende, ich hasse es. Wenn du nicht die gleiche Meinung vertrittst, dann bist du schlecht informiert. Dann bist du schlecht informiert. Du kannst die nicht fragen und sagen, wer ist denn gut informiert und kein Menschenfeind, aber vertritt eine andere Meinung als ihr. Wird schwierig. Man sagt so, ey, hier sind die Wahrheiten. Wer das nicht angenommen hat, entweder ist der nicht genug informiert oder böse. Die Leute feiern es, wenn jemand kommt, wenn jemand ausmacht. Wer ist die Frau, oder? Mit wem redet der Typ? Mit wem redet der Typ? Der ist, ey, Fuchs 311 ist am Start. Danke für dein am Start sein. Einfach das nicht glauben oder hinterfragen. Du darfst ja nicht mal skeptisch sein. Du darfst das entweder alles so annehmen und sagen, oh ja, danke, oder du bist halt ein Arschloch. Das ist wie bei einer Religion. Das ist wie, wenn euch jemand von seiner Religion erzählt. Ihr kennt die sicher. In einer Fußgängerzone stehen die manchmal und wollen euch dann entweder Christentum oder Islam beibringen. Gerne Zeugen Jehovas. Dann kriegt man also Bücher geschenkt. Ich habe ein paar da hinten. Judentum oder Buddhismus tatsächlich eher selten. Buch Mormon habe ich auch. Die gibt es auch manchmal. Die sind ein bisschen seltener. Die meisten geben dir entweder eine Bibel oder einen Koran in die Hand oder so. Was lehrt die Bibel wirklich? Und die machen das auch so. Die sagen, pass mal auf. Hier ist das Buch. Mir ist das gerade ein bisschen zu viel Kulturkampf und zu wenig Klassenkampf. Deswegen Deutsche Bank enteignen. Blackrock enteignen. Nestle enteignen. ProLeft. Genau das. Fände ich auch gut. Könnte man mal machen. Hammer. Ja, sowas ist halt immer ein schönes Statement. Die Sache ist nur, die Umsetzung ist halt nicht immer total leicht. Also natürlich kannst du sagen, am besten wäre es, wenn alles Geld an die Armen verteilt wird. Es ist halt nur ganz schwierig, mich da so umzusetzen, sodass es danach immer noch funktioniert. Wer ist die Frau da? Mit wem redet der Typ? Games unter Strich Bond ist am Start. Games Bond. Schön cooler Name. Und danke fürs am Start sein. Naja, aber auf Twitch lässt sich leider auch der Klassenkampf schwer machen. Weil es ist auch gefährlich. Du kriegst da wenig Kohle für. Du kannst da Aktivist für sein, aber die Leute schalten ab. Das wird denen zu stressig. Leute wollen dir ans Leder. Also ich kann schon verstehen, dass viele Leute dann doch lieber den Kulturkampf wählen. Der ist wenigstens noch ein bisschen lustig zwischendurch und nicht nur ermüdend. Und man kriegt sogar noch was dafür. Aber auf Dauer wäre es natürlich für die Menschheit besser. Aber der Klassenkampf muss ja auch angenommen werden. Du kannst ihn ja nicht alleine kämpfen. Du musst ja schon eine große Menge der Gesellschaft dabei haben. Aber du kannst es auch mischen. Du kannst auch deinen Kulturkampf so ein bisschen mit Klassenkampf würzen und dann durch die Hintertür immer, na, jetzt habt ihr ein Kulturkampfvideo angeklickt, aber bam, Deutsche Bank enteignen. Ja, aber es ist ein gutes Thema. Danke sehr. Eine Ahnung von den Sachen habt und auch der Titel dieser Diskussion auf YouTube ging meiner Meinung nach für ein Gespräch. Da fehlt es dann einfach an Wissen. Eine konstruktive Diskussion gar nicht. Ich habe mit diesen drei Ausrufezeichen, das ist, ups, Hilfe. Ich finde diese drei Ausrufezeichen so schön, dass man das auch nochmal hervorhebt, dass man das hier nochmal so, dass das hier so geschrien aussieht. Gar nicht. Warum? Auch der Titel dieser Diskussion auf... Wissen! Warum? Warum alles großgeschrieben und warum mit drei Ausrufezeichen so eine Eins fehlt dazwischen? Warum macht man das so? Ich meine, wir haben geredet, ganz ruhig. Aber ich will natürlich, bei mir fehlt es einfach an Wissen. Ja, Wissen, aber so laut geschrien, dass das Mikrofon hier gerade übersteuert hat. Sorry, Leute. YouTube ging meiner Meinung nach für eine konstruktive Diskussion gar nicht. Ich habe da noch... Die Mormonen sind tatsächlich die Bekloppten aus Amerika mit den Goldtafeln. Pass mal auf. Hier. Ich habe... Also kein Scheiß jetzt. Ich habe dieses Buch hier, das Buch Mormon. Sieht auch ganz nett aus. Ich habe das mal in der Fußgängerzone geschenkt bekommen. Und ich habe mal gedacht, im Stream wäre es doch lustig, daraus vorzulesen. Ja? Ich dachte, das ist irgendwie so eine religiöse Schrift von so einer Sekte, völlig bekloppt. Habe ich gedacht. So. Ich habe einfach das aufgemacht und die erste Seite vorgelesen. Nur, das ist schon ein paar Jahre her. Nur diese Seite habe ich gelesen. Als ich fertig war mit der Seite, haben sich meine Zuschauerzahlen halbiert. Also kein Scheiß, wirklich. Das ist todlangweilig, das Buch. Das ist nicht, Ich habe gedacht, das ist so wie altes Testament. Okay. Okay, einfach nicht auf Zuschauerzahlen schätzen. Im Gegensatz zu... Bei mir fehlt es an Wissen und im Gegensatz zu Dikadenten. Okay, steht hier Ungläubige töten und so weiter. Es ist einfach nur scheiße langweilig. Das Buch Mormon ist ein richtiges Einschlafbuch. Das ist so trocken und so öde. Es ist unglaublich, wie das jemand lesen kann und sagen kann, oh, das hat meine Welt verändert. Man schläft wirklich ein, wenn man das liest. Das ist richtig, richtig langweilig. Naja, egal. Achso. Jetzt habe ich hier alles umgeworfen. Das ist ja fürchterlich. Na, so. Warte mal, nehmen wir ganz kurz... Also das ist tatsächlich mit anderen Büchern viel spannender. Wenn du die alten Verse aus der Bibel liest oder wenn du aus dem Koran liest oder so, da sind teilweise wenigstens noch Stellen, die ein bisschen Spannung drin haben. Erstes Testament ist echt so wild. Also da muss man sagen, ich bezweifle, dass es nicht unter Drogeneinfluss geschrieben wurde. Aber Buch Mormon ist echt, es ist echt zum Wegpennen. Das ist einfach nur ultra langweilig. Noch zu ihm gesagt, dass er schauen soll, dass er auch einen Ausgleich vom Internet findet. Da ich der Meinung bin, dass wenn man sich zu tief ins Internet eingräbt, ich habe bei ihm selber deutlich weisere Worte gewählt. Das musste Karl noch mal dazu sein. Er hat nur mit solchen Themen beschäftigt, man irgendwann verrückt wird und ich das Gefühl habe, dass das bei ihm teilweise passiert sein könnte. Und ich habe ihm auch noch gesagt, dass er mit seiner Reichweite Er ist bestimmt sauer geworden, ne? ...verantwortung bitte aufpassen soll. Ne, ich habe das da sehr versöhnlich ausgedrückt. Ich hatte keine Lust, dass die Diskussion noch mal zwei Stunden geht. Und was er mit Lucy gemacht hat, war ihr gegenüber absolut nicht fair, da sie ja dementsprechend auch einiges an Hass abbekommen hat. Um ganz kurz an der Stelle noch mal eine kleine Sache zu Harty Lucy zu debunken. Es gibt diesen Ausschnitt hier, wie sie angeblich sagen soll, dass trans Menschen sich das... Du meinst Imp, der hat auch recht lange Haare. ...trans sein selber ausgesucht hätten. Und nein, nicht bin er sein, ist auch keine Entscheidung. Genauso wenig, wie es eine Entscheidung ist, Mann oder Frau zu sein. Und ganz ehrlich, wer sucht es sich aus, so diskriminiert zu werden in unserer Gesellschaft? Ihr, ihr, ihr sucht es euch so aus. Ihr sucht euch das aus, weil ihr euch dazu bewusst entscheidet. Das ist eine bewusste Entscheidung. Oder von mir aus habt ihr irgendwo vielleicht auch einen Knacks weg. Ich weiß es nicht. Seht ihr, da ist das Problem an Pronomen. Also es sind nicht direkt Pronomen, es sind, ist ja auch egal. Aber sie sagt, ihr, ihr sucht es euch aus. Es ist... sehr, 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 sehr grobe Aussage. Also man weiß nicht genau was. Und man weiß nicht, was sie mit S gemeint hat. Meinte Lucy mit S das Transsein oder das Diskriminiertsein? Aber das Diskriminiertsein würde ich sogar denen nicht vorwerfen. Also das Diskriminiertsein ist was anderes, als das, was sie machen. Natürlich kommt es on top, aber das Diskriminieren werfen wir ihnen nicht vor. By the way, 469 Follows gerade im Channel. Sehr, sehr nice. Dauert 100 Follows, bis wir das wiederhaben. Es gibt ja auf Englisch diesen Terminus choose to be offended. Wenn du hörst, dass jemand was transfeiert. Leute, jetzt macht es einer kaputt. Wer ist die Frau da? Mit wem redet der Typ? Mr. Unterstrich Winterbutton ist am Start. Mr. Winterbutton macht es einfach kaputt. By the way, an alle Zuschauer, die hier gerade drin sind, Ausrufezeichen DC kommt auf den Discord-Server. Da kann man immer cool miteinander diskutieren, im Voice sein. Gibt verschiedenste Chattel. Ihr könnt mir YouTube-Videos vorschlagen, Themen vorschlagen. Man kann sich unterhalten. Ausrufezeichen DC in den Chat, dann kommt er auf den Server. ...endliches sagt. Irgendwie der Opa sagt, dass es zwei Geschlechter gibt. Dann kannst du entweder sagen, ja, okay Opa, der ist noch aus einer anderen Zeit, whatever. Oder du kannst richtig durchdrehen und kannst ausrasten. Die Optionen kannst du dir ja aussuchen manchmal. Dass du sagst, schreie ich jetzt rum oder reiße ich mich zusammen? So. Ja. Und das hat, ich habe Lucy so verstanden, dass sie das meint. Ja. Ich habe Lucy so verstanden, dass sie Finessi und die anderen in dem Video gezeigten Personen... Ich habe es aufgrund des Kontextes, in dem es mir Lucy geschickt hat. Ich habe den Clip, glaube ich, schon mal gesehen, aber das war, glaube ich, schon ein paar Tage her. Aufgrund des Kontextes, wie es dann in der Konversation aufgebaut war, erst mal so verstanden und nach noch ein paar Mal anhören, habe ich mich auch wieder richtig erinnert und es dann richtig verstanden. Beziehungsweise positiver. ...meint, dass die immer am jammern sind in ihren Videos, statt sich mit was anderem zu beschäftigen und da drüber zu stehen. Ja. Ne? Das, ähm, so habe ich Lucy verstanden. Und manche anderen haben Lucy so verstanden, dass sie sagt, mit ihr sucht es euch aus, dass sie sich das Transsein ausgesucht haben. Und sie haben gleichzeitig so verstanden, dass Lucy mit ihr alle Transmenschen gemeint hat und nicht ihr in dem Video vertretenen Personen. Könnte man nämlich auf verschiedene Arten interpretieren. Good Faith, Bad Faith, ne? Wie gesagt, ich habe Lucy Good Faith verstanden. Sie wollten es so verstehen. Ja, natürlich. Aber man kann ja selten Leuten Sachen vorwerfen, die man selber vorher reininterpretiert hat. So wie wenn man einen Fakt nennt und Dekadet sagt dann, hä, wieso sagst du jetzt einen Fakt? Ja, auch Marc und sie ein bisschen kenne. Ähm, Karl ist halt komplett Bananas gegangen und hat rumgebrüllt, ne? Und hat sie versucht, mit Scheiße zu bewerfen. Aber wir haben einfach nur das Ding, die gleiche Aussage unterschiedlich verstanden. Und so hart das klingen mag, ich glaube nicht, dass sie hiermit meinte, dass man sich das Transsein ausgesucht hätte. Genau das. Denn sie bezieht sich hier auf die Aussage von Finesi, dass Transmenschen Hass abbekommen. Und ob man jetzt sagen muss, dass Transmenschen selber für den Hass, den sie abbekommen, verantworten... Yeah. Danke sehr, Anni. Also es war nicht gut ausgedrückt, ja. Nein. Aber das sagt Lucy selber. Lucy streamt seit... Das war in einem Livestream. Ungefähr in einem halben Jahr. Dick Halden streamt seit zehn Jahren oder so. Ja, der ist seit Ewigkeiten, ist der irgendwie League of Legends, Kommentator und so weiter. Karl ist seit immer im Game. Ich stream seit einem Jahr. Ja, ich glaube, ich habe mir noch nicht arg viel Dummes erlaubt und ich traue mir auch zu, mehr oder weniger hinter den meisten Aussagen zu stehen, die ich sage, vor allem die, die auf YouTube landen. Aber da kann auch mal was dabei sein. Das kann auch nach ein paar Jahren noch passieren. So ist es nicht. Karl ist Mitte 30. Karl macht das seit ungefähr zehn Jahren. Lucy seit einem halben Jahr. Ja. Lucy sagt über sich selber, dass sie dumm sei. Ich weiß nicht, was sie für ein IQ hat oder wie sie das gemeint hat. Welchen, ob sie vielleicht sogar einen Abschluss meint. Aber Lucy tritt nicht auf, wie hier kommt der akademisierte Linke, der euch die Welt erklärt. Ja, Lucy macht einfach aus Hobby, streamt die so ein bisschen. Aber Lucy tritt nicht auf, dass sie eine besondere Gelehrte oder Intellektuelle ist oder irgendwie sowas. Der Name, das sind zwei Vornamen und danach Creators, weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Ich weiß, es ist nicht der optimale Name. Es hieß ja ursprünglich M unter Creators. Auf Twitch kann man halt nur Unterstriche machen. Eine Idee wäre es irgendwann auf Creators, um zu switchen. Zumindest bei YouTube als Anzeigename. Auf Twitch geht das leider nicht. Aber ja. Was? Und dann ist das auch okay, wenn sie so redet. Ja, es muss nicht jeder komplett präzise sich ausdrücken und irgendwie reden, als wäre er Gast in einer Talkshow. Es ist auch okay, wenn Leute reden, wie vor einer Straße. Erwin macht das ja zum Beispiel auch. Ich finde, der fährt damit gut. Du kannst immer in allen Bewegungen Leute... Moin Brownie, ewig schon nicht mehr gesehen. Was geht, was geht? ...haben, die etwas akademisiert clever ausformulieren und du kannst aber auch Leute haben, die so reden, wie in der Mund gewachsen ist. Sonst erreichst du nicht alle. ...die dann auch mit den einfacheren Leuten viel besser klarkommen oder viel besser mit denen reden können, weil sie die gleiche Sprache sprechen. Also wenn du bei... ...wenn du bei Linken nur linke Akademiker losschickst, wenn du... ...wenn du einem Bürger von der Straße einen Adorno-Text vorliest... ...wir reagieren gerade auf Imp, der auf mein Video reagiert hat. ...dann wird er vermutlich mit vielen Formulierungen nicht viel anfangen können. Ja, ich... ...ich weiß gar nicht, wie drücke ich mich denn aus. Ich glaube, ich drücke mich nicht... ...schwierig. Ich drücke mich aus, wie es mir gerade passt. Also manchmal ist das vielleicht ein bisschen verhaspelt oder so im Stream hier. Das ist dann nicht so schön. Und manchmal benutze ich, wie es Rob gesagt hat, so schlaue Worte, die es ja auch absolut gibt, weil manche Worte sind schlau, andere sind dumm. Aber an sich spreche ich so, wie es mir gerade passt. Also ich habe da jetzt nicht so den Anspruch, dass ich immer, immer mich wie der akademische Linke ausdrücken muss. Oder den Anspruch, dass ich mich ausdrücken muss, damit es auch wirklich jeder versteht. Das ist da einfach, wie es mir gerade passt. Welches Video geht es um die Diskussion mit Dekadent? Auch wenn du dem Karl-Marx-Text vorliest, dann kann er mit manchem davon nichts anfangen. Logisch. Aber deswegen hast du zum Beispiel, auch jetzt bei der aktuellen Linken, hast du zum Beispiel Leute wie der Neue Kölner, heißt der. Und der redet halt, ich kann euch den mal zeigen, hier. Den höre ich mir manchmal an. Er ist eigentlich ein ganz interessanter Typ. Hier, er hier. Ferhat heißt der. So, ne? Der sieht nicht... Boah, der sieht aus wie ein Instagram-Logo. Der sieht aus wie so ein Anzugtyp. Hier, guck, der redet. Er ist kein Ton. Vor allen Dingen... Okay, da zeigt er uns ein Video. Aber hier, hört einfach mal, wie er redet. Ich mache dir ein Angebot, was du nicht ausschlagen kannst. Ja, sehr lange. Konsequent Antirassismus. Kopfnuss gegen Nazis. Soziale... Also er redet nicht immer so, ne? Aber er kann halt auch so reden. Ja gut, aber das ist dann eher wieder so ein gespieltes Ding, oder? Weil, wenn er in Neukölln mit Leuten... Das heißt, es wirkt schon so ein bisschen so auf Krampf. ...redet, dann ist der relatable, ja? Die Leute verstehen ihn. Die wissen, was er sagen möchte. Das mag für manche vielleicht komisch wirken, oder sowas. Oder manche sagen, das ist irgendwie unprofessionell, oder irgendwie sowas, ne? Aber ich kenne verschiedene Reden von ihm. Nee, darum geht es nicht. Das Ding ist, es geht ein bisschen um, dass es so gespielt wirkt. Darum geht es eher. Der kann auch im Bundestag reden, ne? Aber der kann halt auch so reden, dass die Leute, die in Neukölln wohnen, sagen, ey, der ist einer von uns, der sieht ein bisschen aus wie wir, der redet ein bisschen wie wir, und dann hat... Der sieht ein bisschen aus wie wir. Der sieht ein bisschen aus wie wir. ...die direkt einen anderen Anschluss. Die sehen auch alle gleich aus. Als wenn da der gleiche langweilige Anzugtyp rumsteht. Ja, ja, ich weiß aber, was er meint. Der den Leuten dann mit irgendwelchen Begriffen kommt, die sie nicht kennen, oder sowas. Ja, und das ist gut, dass es solche Leute auch gibt. Oder hier bei Twitch, wenn es hier einen Erwin gibt, der den Leuten irgendwie demokratische Betriebe, oder sowas, erklärt, auf eine Art, die sie verstehen. Wenn man das irgendwie so wie Marx angeht, wenn ihr mal versucht, das Kapital zu lesen, oder so, das ist gar nicht so einfach. Ja, da sind Formulierungen und Wörter drin, die benutzt man teilweise heute nicht mehr, oder teilweise sind sie auch schon damals ein bisschen schwierig. Ja, oder versucht mal Faust zu lesen. ...wierig gewesen. Ja, und dann kommst du bei manchen Leuten einfach nicht an. Deswegen brauchst du auch so ein paar Leute, ja, die... Du brauchst ein paar Leute, die mit den Akademikern reden, und du brauchst ein paar Leute, die mit den Bauarbeiten. Aber ich würde sagen, das macht jetzt Lucy nicht so krass, dass sie irgendwie hier redet wie jemand von, der nicht so tief drin ist. Also Lucy wirkt jetzt nicht so, als würde die mit Absicht dumm reden. Dann reden. Also jetzt nicht dumm in dem Sinne. Also sie sagt selber so aus Spaß, sie ist dumm. Aber ich rede jetzt nicht so mit Absicht dumm jetzt in Anführungszeichen, einfach, so ungebildet oder so. Wenn du irgendwie vorankommen willst, dass sich die Leute ein bisschen das aussuchen können, womit sie mehr relaten können. Und ich kann beiden mal zuhören. Aber manche Leute wollen lieber nur eins von beiden und dann ist doch cool, wenn die auch jemanden haben, der es ihnen erklärt. Verantwortlich sind, ich weiß ja nicht. Also es gibt sicherlich welche, die auch teils selber daran schuld sind. Ich würde die Aussage so auch nicht treffen. Aber trotzdem müssen wir hier differenzieren. Es ist ganz klar eine andere Aussage. Also lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Das habe ich schon gesehen hier. Schreibt eure Meinung in die Kommentare und schaut bei Lucy vorbei. Ist nach allem, was ich gesehen habe, eine super sympathische Streamerin. Wir sehen uns im nächsten Video. Was ist das für Musik, Alter? Ich wusste ja, er feiert es gar nicht. Aber ich gebe dir trotzdem ein Like dafür, das Video war gut. Danke. Was ist das denn hier? Zack, weg damit. Warte, aber tatsächlich richtig viele Dislikes. Da kamen die Carl-Fans. Carl hat nicht kommentiert, ne? Ne. Ich finde immer noch, der Name ist etwas ungünstig gewählt. Ich habe am Anfang immer vergessen, heißt der jetzt H&M Creator oder heißt der M&H? H&M. M&M und H&H werden es ja nicht sein, aber ich habe am Anfang immer verwechselt, welche Buchstaben das waren und welche Reihenfolge, aber naja. Ich kann ja den Anzeigenamen, was meint ihr? Soll ich den Anzeigenamen irgendwie, wenn ich so 2.000, 3.000 habe, mal auf Creators umswitchen, dass sich da oben nur noch Creators steht? Na gut, dann findet man mich jetzt. Ich meine, da M&H Creators ohne den Bindestrich hinzuschreiben, kommt mir auch dumm vor. Mein Creators wäre vielleicht noch eine Idee. Nee, auf Hugo. Nur Hugo? Geht das? Anzeigenamen nur Hugo zu machen? Naja, Hugo... Schwierig. Okay. Hugo-Creator? Ich, ich, ich... Wo hast du eigentlich die Anime- Das ist keine Anime-Musik, das ist einfach ein Song. Das ist, ist, ich... Das ist einfach ein Song, der hat nichts mit Anime zu tun. Nur Creators macht aber auch keinen Sinn. Ja gut. Ja, stimmt, stimmt auch wieder. Das ist keine Anime-Musik, das ist irgendein Song auf YouTube. Ja gut. Guter Kanal, inhaltlich ist ein guter Typ. Der hat aber hier, bei seinem Zweitkanal, ne, da musste ich ein bisschen lachen. Der hat hier, äh... Ist es hier zu finden? Zweitkanal, hier. Der hat auch den, den Joke gemacht, sich hier als Handel einfach, äh... Einfach Kürtscher zu nennen. Ja... Creator Hugo. Das klingt total komisch. Du nennst dich richtiger Hugo. Ich meine, eine Mischung aus hungriger Hugo und richtiger Kevin. Das war aber, war aber Imps-Idee. So wie ich meinen Zweitkanal Angela Merkel genannt habe. Grüße gehen raus an Hugo. Stabiler, guter Typ. Danke für den Content. Hugo klingt gut. Danke, dass ich hier Content mobsen durfte. Und tschüss. Ja, war doch eine nice Reaction von Imp. Man konnte viel lachen. Ähm... Schaut bei Imp vorbei. Link ist in der Video-Beschreibung. Er ist ein cooler YouTuber, wie ihr, wie wahrscheinlich die meisten wissen. Sogar der beste werden euch die meisten in den Kommentaren bestätigen, denke ich mal. Originalvideo findet ihr auf meinem Hauptkanal. Der ist auch verlinkt und Twitch ist auch in der Video-Beschreibung verlinkt. Also, checkt einfach mal die Video-Beschreibung ab. Da gibt es ganz viele Links. So, wir sehen uns in der nächsten Reaction.